jeremias gotthelf die schwarze spinne dies ist eine librivox aufnahme alle librivox aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem besitz weitere informationen und hinweise zur beteiligung an diesem projekt gibt es bei librivox.org eine vorbemerkung die novelle die schwarze spinne ist eine rahmenerzählung zu beginn wird eine taufgesellschaft geschildert die sich in einem neu erbauten bauernhaus im emmental versammelt die auswärtigen gäste fragen warum ein fensterpfosten genannt biesstahl aus altem schwarzem holze ist darauf erzählt der großvater die geschichte von der schwarzen spinne die vor jahrhunderten infolge eines teufelspaktes pestepidemien ausgelöst hat über die berge hob sich die sonne leuchtete in klarer majestät in ein freundliches aber enges tal und weckte zu fröhlichem leben die geschöpfe die geschaffen sind an der sonne ihres lebens sich zu freuen aus vergoldetem waldessaume schmetterte die amsel ihr morgenlied zwischen funkelnden blumen in perlendem glase tönte der sehnsüchtigen wachtel eintönend minnelied über dunklen tannen tanzten brünstige krähen ihren hochzeitsreigen oder krächzten zärtliche wiegenlieder über die dornichten bettchen ihrer ungefiederten jungen in der mitte der sonnenreichen halde hatte die natur einen fruchtbaren beschirmten boden eingegraben mittendrin stand stattlich und blank ein schönes haus eingefasst von einem prächtigen baumgarten in welchem noch einige hochäpfelbäume prangten in ihrem späten blumenkleide halb stund das vom hausbrunnen bewässerte üppige gras noch halb war es bereits dem futtergange zugewandert um das haus lag ein sonntäglicher glanz den man mit einigen besenstrichen angebracht samstagabends zwischen tag und nacht nicht zu erzeugen vermag der ein zeugnis ist des köstlichen erbgutes angestammter reinlichkeit die alle tage gepflegt werden muss der familienehre gleich welcher eine einzige unbewachte stunde flecken bringen kann die blutflecken gleich unauslöschlich bleiben von geschlecht zu geschlecht jeder tünche spottend nicht umsonst glänzte die durch gottes hand erbaute erde und das von menschenhänden erbaute haus im reinsten schmucke über beide erglänzte heute ein stern am blauen himmel ein hoher feiertag es war der tag an welchem der sohn wieder zum vater gegangen war zum zeugnis daß die leiter noch am himmel stehe auf welcher engel auf und nieder steigen und die seele des menschen wenn sie dem leibe sich entwindet und ihr heil und augenmerk beim vater droben war und nicht hier auf erden es war der tag an welchem die ganze pflanzenwelt dem himmel entgegenwächst und blüht in voller üppigkeit dem menschen ein alle jahre neu werdendes sinnbild seiner eigenen bestimmung wunderbar klang es über die hügel her man wußte nicht woher das klingen kam es tönte wie von allen seiten es kam von den kirchen her draußen in den weiten tälern von dort her kündeten die glocken daß die tempel gottes sich öffnen allen deren herzen offen seien der stimme ihres gottes ein reges leben bewegte sich um das schöne haus in des brunnens nähe wurden mit besonderer sorgfalt pferde gestriege stattliche mütter umgaukelt von lustigen füllen im breiten brunnendroh gestillten behaglich blickende kühe ihren durst und zweimal mußt er der bube besen und schaufel nehmen weil er die spuren ihrer behaglichkeit nicht sauber genug weggeräumt herzhaft wusch an am brunnen mit einem handlichen zwilchfetzen stämmige mägde ihre rotbrechten gesichter die haare in zwei knäuel über den ohren zusammengedreht trugen mit eilfertiger emsigkeit wasser durch die geöffnete türe und in nächtigen stößen hob sich gerade und hoch in die blaue luft empor aus kurzem schornsteine die dunkle rauchsäule langsam und gebeugt ging an einem hakenstock der großvater um das haus sah schweigend dem treiben der knechte und mägde zu streichelte hier ein pferd wehrte dort einer kuh ihren schwerfälligen mutwillen zeigte mit dem stecken dem unachtsamen buben noch hier und dort vergessene strohhalme und nahm dazu fleißig aus der langen weste tiefer tasche das feuerzeug um seine pfeife an der er des morgens trotz ihres schweren atems so wohl lebte wieder anzuzünden auf reingefegter bank vor dem hause neben der türe saß die großmutter schönes brot schneidend in eine mächtige kachel dünn und in ebenrechter größe jeden bissen nicht so unachtsam wie köchinnen oder stubenmägde die manchmal stücke machen an denen ein walfisch ersticken müßte wohlgenährte stolze hühner und schöne tauben stritten sich um die brosamen zu ihren füßen und wenn ein schüchternes täubchen zu kurz kam so warf ihm die großmutter ein stücklein eigens zu es tröstend mit freundlichen worten über den unverstand und den ungestüm der andern drinnen in der weiten reinen küche knisterte ein mächtiges feuer von tannenholz in weiter pfanne knallten kaffeebohnen die eine stattliche frau mit hölzerner kelle durcheinander rührte nebenbei knarrte die kaffeemühle zwischen den knien einer frisch gewaschenen magd unter der offenen stubentür aber stund den offenen kaffeesack noch in der hand eine schöne etwas blasse frau und sagte du hebamme röst über den kaffee heute nicht so schwarz sie könnten sonst meinen ich hätte das pulversparen mögen des göttis des paten frau ist gar grausam misstreu und legt einem alles zu ungunsten aus es kommt heute auf ein halbes pfund mehr oder weniger nicht an vergiss auch ja nicht das weinwarm zu rechter zeit bereit zu halten der großvater würde meinen es wäre nicht kindstaufe wenn man gevatterleuten nicht ein weinwarm aufstellen würde ehe sie zur kirche gehen spare nichts daran hörst du dort in der schüssel auf der kachelbank ist safran und zimt der zucker ist hier auf dem tische und nimm wein daß es dich dünkt es sei wenigstens halb zu viel an einer kindstaufe braucht man nie kummer zu haben daß ich die sache nicht brauche man hört es soll heute die kindstaufe gehalten werden im hause und die hebamme versieht das amt der köchin ebenso geschickt als früher das amt der wehmutter aber sputen muß sie sich wenn sie zu rechter zeit fertig werden und am einfachen herde alles kochen soll was die sitte fordert aus dem keller kam mit einem mächtigen stück käse in der hand ein stämmiger mann nahm vom blanken kachelbank den ersten besten teller legte den käse darauf und wollte ihn in die stube auf den tisch tragen von braunem aber bens aber bens rief die schöne blasse frau wie würden sie lachen wenn wir keinen besseren teller hätten an der kindstaufe und zum glänzenden schrank aus kirschbaumholz puffert genannt ging sie wo hinter glasfenstern des hauses zirten brannten dort nahm sie einen schönen teller blaugerändert in der mitte einen großen blumenstrauß der umgeben war von sinnigen sprüchen zum beispiel o mensch faß in gedanken drei batzen gilspfund anken gott gibt dem menschen gnade ich aber wohn im mad in der hölle da ist es heiß und der hafner schafft mit fleiß die kuh die frißt das gras der mensch der muß ins grab neben den käse stellte sie die mächtige züpfe das eigentümliche berner backwerk geflochten wie die zöpfe der weiber schön braun und gelb aus dem feinsten mehl eiern und butter gebacken groß wie ein jähriges und fast ebenso schwer und oben und unten pflanzte sie noch zwei teller hoch aufgetürmt lagen auf denselben die appetitlichen küchlein habküchlein auf dem einen eierküchlein auf dem andern heiße dicke niedel stund in schön geblümten hafen zugedeckt auf dem ofen und in der dreibeinigen glänzenden kanne mit gelbem deckel kochte der kaffee so hatte auf die erwarteten gevatterleute ein frühstück wie es fürsten selten haben und keine bauern auf der welt als die bärmer tausende von engländern rennen durch die schweiz aber weder einem der abgejagten lords noch einer der steifbeinigten ladies ist je ein solches frühstück geworden wenn sie nur bald kämen es wäre alles bereit seufzte die hebamme es geht jedenfalls eine gute zeit bis alles fertig ist und in jedes eine sache gehabt hat und der pfarrer ist grausam pünktlich und gibt scharfe verweise wenn man nicht da ist zu rechter zeit der großvater erlaubt auch nie das wägeli zu nehmen sagte die junge frau er hat den glauben daß ein kind welches man nicht zur taufe trage sondern führe träge werde und sein lebtag seine beine nie recht brauchen lerne wenn nur die gotte die patin da wäre die versäumt am längsten die göttinnen machen es kürzer und könnten immerhin nachlaufen die angst nach den gevatterläuten verbreitete sich durch das ganze haus kommen sie noch nicht hörte man allenthalben in allen ecken des hauses schauten gesichter nach ihnen aus und der türk bellte aus leibeskräften als ob er sie herbeirufen wollte die großmutter aber sagte ehemals ist das noch nicht so gewesen da wußte man daß man an solchen tagen zu rechter zeit aufzustehen habe und der herr niemanden warte endlich stürzte der bub in die küche mit der nachricht die gotte komme sie kam schweißbedeckt und beladen wie das naviarskindlein in der einen hand hatte sie die schwarzen schnüre eines großen blumenreichen warzsäckleins und welchem in ein fein weißes handtuch gewickelt eine große züpfe stach ein geschenk für die kindbetterin in der anderen hand trug sie ein zweites säcklein und in demselben war eine kleidung für das kind nebst etwelchen stücken zu eigenem gebrauch namentlich schöne weiße strümpfe und unter dem einen arme hatte sie noch eine drucke mit dem kränzchen und der spitzenkappe mit den prächtigen schwarzseidenen haarschnüren freudig tönten ihr die gottwillchen gottwillkommen entgegen von allen seiten und kaum hatte sie zeit von ihren bürden eine abzustellen um den entgegengestreckten händen freundlich zu begegnen von allen seiten streckten sich dienstbare hände nach ihren lasten und unter der türe stand die junge frau und da ging ein neues grüßen an bis die hebamme in die stube mahnte sie könnten ja drinnen einander sagen was der brauch sei und mit handlichen manieren setzte die hebamme die gotte hinter den tisch und die junge frau kam mit dem kaffee wie sehr auch die gotte sich weigerte und vorgab sie hätte schon gehabt des vaters schwester täte es nicht daß sie ungegessen aus dem hause ginge das schade jungen mädchen gar übel sagte sie aber sie sei schon alt und die jungfrauenmägde möchten auch nicht zu rechter zeit auf deswegen sei sie so spät und wenn es an ihr allein gelegen hätte sie wäre längstens da in den kaffee wurde die dicke niedel gegossen und wie sehr die gotte sich wehrte und sagte sie liebe es gar nicht war für doch die frau ein stück zucker in denselben lange wollte es die gotte nicht zulassen dass ihretwegen die züpfe angehauen würde indessen musste sie sich ein tüchtiges stück vorlegen lassen und essen käse wollte sie lange nicht es hätte dessen gar nicht nötig sagte sie sie werde meinen er sei nur halb mager und deshalb schätze sie ihn nicht sagte die frau und die gotte mußte sich ergeben aber köchli wollte sie durchaus nicht sie wüßte gar nicht wohin tun sagte sie sie glaube nur sie sei nicht sauber und werde an bessere gewöhnt sein erhielt sie endlich zur antwort was sollte sie anders machen als köchli essen während dem nöten aller art hatte sie abgemessen in kleinen schlückchen das erste kacheli ausgetrunken und nun erhob sich ein eigentlicher streit die gotte kehrte das kacheli um wollte gar keinen platz mehr haben für fernere guttaten und sagte man solle sie doch in ruhe lassen sonst müßte sie sich noch verschwören da sagte die frau es sei doch so leid daß sie ihn so schlecht finde sie hätte doch der hebamme dringlichst befohlen ihn so gut als möglich zu machen sie vermöchte sich dessen wahrhaftig nichts daß er so schlecht sei daß sie niemand trinken möge und an der nidle sollte es doch auch nicht fehlen sie hätte dieselbe abgenommen wie sie es sonst nicht alle tage im brauch hätte was sollte die arme gotte anders machen als noch ein kacheli sich einschenken lassen ungeduldig war schon lange die hebamme herumgetrippelt und endlich bändigte sie das wort nicht länger sondern sagte wenn ich dir etwas helfen kann so sage es nur ich habe wohl zeit dazu he pressier doch nicht sagte die frau die arme gotte aber die rauchte wie ein dampfkessel verstand den wink versorgete den heißen kaffee so schnell als möglich und sagte zwischen den absätzen zu denen der glühende trank sie zwang ich wäre schon lange zweig wenn ich nicht mehr hätte nehmen müssen als ich ihn unterbringen kann aber ich komme jetzt sie stund auf packte die säcklein aus übergab züpfe kleidung ein bund ein blanker neutaler eingewickelt in den schön gewickelten tauchspruch und machte manche entschuldigung daß alles nicht besser sei darein aber redete die hausmutter mit manchem ausruf wie das keine art und gattung hätte sich so zu verköstigen wie man es fast nicht nehmen dürfte und wenn man das gewußt hätte so hätte man sie gar nicht ansprechen dürfen nun ging auch das mädchen an sein werk vorbeiständet von der hebamme und der hausfrau und wendete das möglichste an eine schöne gotte zu sein von schuhen strümpfen an bis hinauf zum kränzchen auf der kostbaren spitzenkappe die sache ging umständlich zu trotz der ungeduld der hebamme und immer war der gotte die sache nicht gut genug und bald dies bald das nicht am rechten ort er kam die großmutter herein und sagte ich muß doch auch kommen und sehen wie schön unsere gotte sei nebenbei ließ sie fallen daß sie schon das zweite mal geläutet habe und beide götte nie draußen in der äußeren stube seien draußen saßen allerdings die zwei männlichen paten ein alter und ein junger den neumodischen kaffee den sie alle tage haben konnten verschmähend hinter dem dampfenden weinwarm dieser eigentümlichen aber guten bernersuppe bestehend aus wein geröstetem brot eiern zucker zimmet und safran diesem ebenso altertümlichen gewürze das an einem kindsfest schmaus in der suppe im voressen im süßen tee vorkommen muß sie ließen es sich wohl schmecken und der alte götti den man vetter nannte hatte allerlei späße mit dem kindbettimann und sagte ihm daß sie ihm heute nicht schonen wollten und dem weinwarm an gönne er es ihnen daran sei nichts gespart man merke daß er seinen zwölfmäßigen sack letzten dienstag dem boten mit nach bern gegeben um ihm safran zu bringen als sie nicht wußten was der vetter damit meine sagte er letzthin habe sein nachbar kindbetti haben müssen da habe er dem boten einen großen sack mitgegeben und sechs kreuzer mit dem auftrage er solle ihm doch in diesem sack für sechs kreuzer von dem gelben bull verbringen ein mäß oder anderthalbes von dem man an den kindstaufen in allem haben müsse seine weiber wollte es einmal so haben da kam die gotte hinein wie eine junge morgensonne und wurde von den mitgevatern gottwillchen geheißen und zum tisch gezogen und ein großer teller von weinwarm vor sie hingestellt und den sollte sie essen sie hätte wohl noch zeit während man das kind zurecht mache das arme kind wehrte sich mit händen und füßen behauptete es hätte gegessen für manchen tag es könne nicht mehr schnaufen aber da half alles nichts alt und jung war mit spott und ernst hinter ihm bis es zum löffel griff und seltsam ein löffel nach dem andern fand noch sein plätzchen doch da kam schon wieder die hebamme mit dem schön eingewickelten kinde zog ihm das gestickte käppchen an mit dem rosenroten seidenbande legte dasselbe in das schöne dackbettlein steckte ihm das süße lulli ins mäulchen und sagte sie begehre niemanden zu versäumen und hätte gedacht sie wolle alles zurecht machen man könne dann immer gehen wenn man wolle man umstand das kind und rühmte es wie billig und es war auch ein wunder appetitlich bübchen die mutter freute sich des lobes und sagte ich wäre so gerne mit zur kirche gekommen und hätte es gott empfehlen helfen und wenn man selbst dabei ist wenn das kind getauft wird so sinnet man um so besser daran was man versprochen hat zudem ist es mir so unbequem wenn ich noch eine ganze woche lang nicht vors dach drauf darf jetzt wo man alle hände voll zu tun hat mit dem anpflanzen aber die großmutter sagte so weit sei es doch noch nicht dass ihre sohnsfrau wie eine arme frau in den ersten acht tagen ihren kirchgang tun müsse und die hebamme setzte hinzu sie hätte es gar nicht gerne wenn junge weiber mit den kindern zur kirche gingen sie hätten immer angst es gehe daheim das krummes hätten doch nicht die rechte andacht in der kirche und auf dem heimweg pressierten sie zu stark damit ja nichts versäumt werde erhitzten sich und gar manche sei übel krank geworden und gar gestorben dann nahm die gotte das kind im dachbette auf die arme die hebamme legte das schöne weiße tauftuch mit den schwarten quasten in den ecken über das kind sorgfältig den schönen blumenstrauß an der gotte brust schonend und sagte so geht jetzt den gottes heiligen namen und die großmutter legte die hände ineinander und betete still einen inbrünstigen segen die mutter aber ging mit dem zuge hinaus bis unter die tür und sagte mein büebli mein büebli jetzt seh ich dich ganze drei stunden nicht wie halte ich das aus und alsobald schoss es ihr in die augen rasch fuhr sie mit dem führtuch darüber und ging ins haus rasch schritt die gotte die halde hinab den kirchweg entlang auf ihren starken armen das muntere kind hintendrein die zwei götteni vater und großvater deren keinem in den sinn kam die gotte ihrer last zu entledigen obgleich der jüngere götti in einem stattlichen maien auf dem hut das zeichen der ledigkeit trug und in seinem auge etwas wie großes wohlgefallen an der gotte freilich alles hinter der blende großer gelassenheit verborgen der großvater berichtete welch schrecklich wetter es gewesen sei als man ihn zur kirche getragen vor hagel und blitz hätten die kirchgänger kaum geglaubt mit dem leben davonzukommen hintenher hätten die leute ihm allerlei geweissagt dieses wetters wegen die einen einen schrecklichen tod die andern großes glück im kriege nun sei es ihm gegangen in aller stille wie den andern auch und im fünfundsiebzigsten jahre werde er weder früh sterben noch großes glück im kriege machen mehr als halben weges waren sie gegangen als ihnen die jungfrau nachgesprungen kam welche das kind nach hause zu tragen hatte sobald es getauft war während eltern und gevatterleute nach alter schöner sitte noch der predigt beiwohnten die jungfrau hatte auch anwenden wollen nach kräften um auch schön zu sein ob dieser handlichen arbeit hatte sie sich verspätet und wollte jetzt der gotte das kind abnehmen aber diese ließ es nicht wie man ihr auch zuredete das war eine gar zu gute gelegenheit dem schönen ledigen götti zu zeigen wie stark ihre arme seien und wieviel sie erleiden möchten starke arme an einer frau sind einem rechten bauer viel anständiger als zarte als soliderliche stäbchen die jeder bißluft wenn er ernstlich will auseinander wehen kann starke arme an einer mutter sind schon vielen kindern zum heil gewesen wenn der vater starb und die mutter und die rute allein führen allein den haushaltungswagen aus allen löchern heben musste in die er geraten wollte aber auf einmal ist's als ob jemand die starke gotte an den züpfen halte oder sie vor den kopf schlage sie prallt ordentlich zurück gibt der jungfrau das kind bleibt dann zurück und stellt sich als ob sie mit dem strumpfmann zu tun hätte dann kömmt sie nach besellt sich den männern bei mischt sich in die gespräche will den großvater unterbrechen ihn bald mit diesem bald mit jenem ablenken von dem gegenstand den er gefaßt hat der aber hält wie alte leute meist gewohnt sind seinen gegenstand fest und knüpft unverdrossen den abgerissenen faden immer wieder an nun macht sie sich an des kindes vater und versucht diesen durch allerlei fragen zu privatgesprächen zu verführen allein der ist einsilbig und lässt den angesponnenen faden immer wieder fallen vielleicht hat er seine eigene gedanken wie jeder vater sie haben sollte wenn man ihm ein kind zur taufe trägt und namentlich das erste bübchen je näher man der kirche kam desto mehr leute schlossen sich dem zuge an die einen warteten schon mit den psalmenbüchern in der hand am wege andere sprangen eiliger die engen fußwege hinunter und einer großen prozession ähnlich rückten sie ins dorf zunächst der kirche stand das wirtshaus die so oft in nahe beziehung stehen und freud und leid miteinander teilen und zwar in allen ehren dort stellte man ab machte das bübchen trocken und der kindbettimann bestellte eine maß wie sehr auch alle einredeten er solle doch das nicht machen sie hätten ja erst gehabt was das herd verlangt und möchten weder dickes noch dünnes indessen als der wein einmal da war tranken doch alle vornehmlich die jungfrau die wirt gedacht haben sie müsse wein trinken wenn jemand ihr wein geben wolle und das geschehe durch ein langes jahr hindurch nicht manchmal nur die gotte war zu keinem tropfen zu bewegen trotz allem zureden das kein ende nehmen wollte bis die wirtin sagte man solle doch nachlassen mit nötigen das mädchen werde ja zusehends blässer und hoffmannstropfen täten ihm nöter als wein aber die gotte wollte auch deren nicht wollte kaum ein glas bloßes wasser mußte sich endlich eine getropfen aus einem riechfläschchen aufs nastuch schütten lassen zog unschuldigerweise manchen verdächtigen blick sich zu und konnte sich nicht rechtfertigen konnte sich nicht helfen lassen in gräßlicher angst litt die gotte und durfte sie nicht merken lassen es hatte ihr niemand gesagt welchen namen das kind erhalten solle und den die gotte nach alter übung dem pfarrer wenn sie ihm das kind übergibt einzuflüstern hat da derselbe die eingeschriebenen namen wenn viele kinder zu taufen sind leicht verwechseln kann im hast ob den vielen zu besorgenden dingen und der angst zu spät zu kommen hatte man die mitteilung dieses namens vergessen und nach diesem namen zu fragen hatte ihr ihres vaters schwester die base ein für allemal streng verboten wenn sie ein kind nicht unglücklich machen wolle denn sobald eine gotte nach des kindes namen frage so werde dieses zeitlebens neugierig diesen namen wußte sie also nicht durfte nicht danach fragen und wenn ihn der pfarrer auch vergessen hatte und laut und öffentlich danach fragte oder im verschluss den buben mädeli oder bäbeli taufte wie würden da die leute lachen und welche schande wäre dies ihr leben lang das kam mir immer schrecklicher vor dem starken mädchen zitterten die beine wie bohnenstauden im wind und vom blassen gesicht heran ihm der schweiß bachweise jetzt mahnte die wirtin zum aufbrechen wenn sie ihm vom pfarrer nicht wollten angerebelt werden aber zur gotte sagte sie du meitschi du stehst das nicht aus du bist ja weiß wie ein frisch gewaschenes hemd das sei vom laufen meinte diese es werde ihr wieder bessern wenn sie an die frische luft komme aber es wollte nicht bessern ganz schwarz schienen ihr alle leute in der kirche und nun fing noch das kind zu schreien an mörderlich und immer mörderlicher die arme gotte begann es zu wiegen in ihren armen heftiger und immer heftiger je lauter es schrie die blätter stoben von ihrem meien an der brust auf dieser brust war das je enger und schwerer laut hörte man ihr atem fassen je höher die brust sich hob um so höher flog das kind in ihren armen und je höher es flog um so lauter schrie es und je lauter es schrie um so gewaltiger las der pfarrer die gebete die stimmen brasselten ordentlich an den wänden und die gotte wußte nicht mehr wo sie war es sauste und brauste um sie wie meereswogen und die kirche tanzte mit ihr in der luft herum endlich sagte der pfarrer amen und jetzt war der schreckliche augenblick da jetzt sollte sich entscheiden ob sie zum spott werden sollte für kind und kindeskinder jetzt mußte sie das tuch abheben das kind dem pfarrer geben den namen ihm ins rechte ohr flüstern sie deckte ab aber zitternd und bebend reichte das kind dar und der pfarrer nahm es sah sie nicht an frug sie nicht mit scharfem auge tauchte die hand ins wasser netzte des plötzlich schweigenden kindes stirne und taufte kein meddeli kein bäbeli sondern einen hans ueli einen ehrlichen wirklichen hans ueli da wars der gotte als ob nicht nur sämtliche emmentaler berge ihr ab dem herzen fielen sondern sonne mond und sterne und aus einem feurigen ofens jemand trage in ein kühles bad aber die ganze predigtin durchbebten ihr die glieder und wollten nicht wieder stille werden der pfarrer predigte recht schön und eindringlich wie eigentlich das leben der menschen nichts anderes sein solle als eine himmelfahrt aber zu rechter andacht brachte es die gotte nicht und als man aus der predigt kam hatte sie schon den text vergessen sie mochte gar nicht warten bis sie ihre geheime angst offenbaren konnte und den grund ihres blassen gesichtes viel lachens gab es und manchen witz mußte sie hören über die neugierde und wie sich die weiber davor fürchten und sie doch allen ihren mädchen anhängten während sie dem buben nichts täte da hätte sie nur getrost fragen können schöne haberacker niedliche flachsplätze herrliches gedeihen auf wiese und acker zogen aber bald die aufmerksamkeit auf sich und fesselten die gemüter sie fanden manchen grund langsam zu gehen stille zu stehen und doch hatte die schöne steigende maiensonne allen warm gemacht als sie heimkamen und ein glas kühlen weines tat jedermann wohl wie sehr man sich auch dagegen sträubte dann setzte man sich vor das haus während in der küche die hände emsig sich rührten das feuer gewaltig prasselte die hebamme glühte wie einer der drei aus dem feurigen ofen schon vor eilf rief man zum essen aber nur die diensten speiste die vorweg und zwar reichlich aber man war doch froh wenn sie die knechte namentlich einem aus dem wege kamen etwas langsam floßte ihn vor dem hause sitzenden das gespräch doch versagte es nicht vor dem essen stören die gedanken des magens die gedanken der seele indessen läßt man nicht gerne diesen inneren zustand inne werden sondern bemändelte ihn mit langsamen worten über gleichgültige gegenstände schon stand die sonne über mittag als die hebamme mit flammendem gesicht aber immer noch blanker schürze unter der tür erschien und die allen willkommene nachricht brachte daß man essen könnte wenn alle da wären aber die meisten der geladenen fehlten noch und die schon früher nach ihnen gesandten boten brachten wie die knechte im evangelium allerlei bescheid mit dem unterschied jedoch dass eigentlich alle kommen wollten nur jetzt noch nicht der eine hatte werkleute der andere leute bestellt und der dritte musste noch wohin aber man solle nicht auf sie warten sondern nur fürfahren in der sache retig war man bald dieser mahnung zu folgen denn wenn man allen warten müßte sagte man so könnte das gehen bis der mond käme nebenbei freilich brummte die hebamme es sei doch nichts dümmeres als ein solches warten lassen im herzen wäre doch jeder gerne da und zwar je eher je lieber aber es sollte es niemand merken so müsste man die mühe haben alles wieder an die wärme zu stellen wisse nie ob man genug habe und werde nie fertig war aber schon der rat wegen der abwesenden schnell gefasst so war man doch mit den anwesenden noch nicht fertig hatte bedenkliche mühe sie in die stube sie zum sitzen zu bringen und keiner wollte der erste sein bei diesem nicht bei jenem nicht als endlich alle saßen kam die suppe auf den tisch eine schöne fleischsuppe mit safran gefärbt und gewürzt und mit dem schönen weißen brot das die großmutter eingeschnitten so dick gesättigt dass von der brühe wenig sichtbar war nun entblößten sich alle häupter die hände falteten sich und lange und feierlich betete jedes für sich zu dem geber jeder guten gabe dann erst griff man langsam zum blechernen löffel wischte denselben am schönen feinen tischtuch aus und ließ sich an die suppe und mancher wunsch wurde laut wenn man jeden tag eine solche hätte so begehrte man nichts anderes als man mit der suppe fertig war wischte man die löffel am tischtuch wieder aus die züpfe wurde herumgeboten jeder schnitt sich ein stück ab und sah zu wie die voressen an safranbrühe aufgetragen wurde voressen von hirn von schaffleisch saure leber als sie erledigt waren in bedächtigem zugreifen kam und schüsseln hoch aufgeschichtet das rindfleisch grünes und dürres jedem nach belieben kamen dürre bohnen und kannenbirnschnitze breiter speck dazu und prächtige rückenstücke von dreizehntnerigen schweinen so schön rot und weiß und saftig das folgte sich langsam alles und wenn ein neuer gast kam so wurde von der suppe her alles wieder aufgetragen und jeder mußte da anfangen wo die andern auch keinem wurde ein einziges gericht geschenkt zwischendurch schenkte bens der kindbettimann aus den schönen weißen flaschen welche einem maß enthielten und mit wappen und sprüchen reich geziert waren fleißig ein wohin seine arme nicht reichen mochten trug er andern das schenkamt auf nötete ernstlich zum trinken und mahnte sehr oft mache doch aus er ist dafür da daß man ihn trinkt und wenn die hebamme eine schüssel hineintrug so brachte er ihr sein glas und andere brachten die ihren ihr auch so daß wenn sie jedesmal gehörig hätte bescheid tun wollen es in der küche wunderlich hätte zugehen können der jüngere götti mußte manche spottrede hören daß er die gotte nicht besser zum trinken zu halten wisse wenn er das gesundheitmachen nicht besser verstehe so kriege er keine frau o hans uli werde keine begehren sagte endlich die gotte die ledigen bursche hätten heutzutage ganz andere sachen im kopf als das heiraten und die meisten vermöchten es nicht einmal mehr he sagte hans uli das dünke ihn nicht anders solche schlärpli wie heutzutage die meisten mädchen seien geben gar teure frauen die meisten meinten ja um eine brave frau zu werden hätte man nichts nötig als ein blauseidenes tüchlein um den kopf händschli im sommer und gestickte pantöffeli im winter wenn einem die kühe fehlten im stall so sei man freilich übelgeschlagen aber man könne doch ändern wenn man aber eine frau habe die einem um haus und hof bringe so sei auszubacket die müsse man behalten es sei einem daher nützlicher man sinne anderen sachen nach als dem heiraten und lasse mädchen mädchen sein ja du hast ganz recht sagte der ältere götti ein kleines unscheinbares männchen in geringen kleidern den man aber in ehren hielt und ihm vetter sagte denn er hatte keine kinder wohl aber einen bezahlten hof und hunderttausend schweizerfranken am zins ja du hast recht sagte der mit dem weibervolke ist gar nichts mehr ich will nicht sagen daß nicht hier und da noch eine da ist die einem hause wohl ansteht aber die sind dünn gesät die haben nur narrenwerk und hoffart im kopf ziehen sich an wie die pfauen ziehen auf wie sturme störche und wenn eine einen halben tag arbeiten soll so hat sie drei tage lang kopfweh und liegt vier tage im bett ehe sie wieder bei sich selber ist als ich um meine alte buhlte da war es noch anders da mußte man noch nicht so im kummer sein man kriege statt einer braven hausmutter nur einen hausnarr oder gar einen hausteufel die uli sagte die gotte die schon lange reden wollte aber nicht dazu gekommen war es würde einen meinen es seien nur zu deinen zeiten rechte bauerntöchter gewesen du kennst sie nur nicht und achtest dich der mädchen nicht mehr wie es einem alten mann ja auch wohl ansteht aber es gibt sie immer noch so gut als zur zeit wo deine alte noch jung gewesen ist ich will mich nicht rühmen aber mein vater hat schon manchmal gesagt wenn ich so fortfahre so tue ich noch die mutter selig durch und die ist doch eine berühmte frau gewesen so schwere schweine wie voriges jahr hat mein vater noch nie auf dem markt geführt der metzger hatte manchmal gesagt er möchte das meitsche sehen welches die gemästet habe aber über die heutigen buben hat man zu klagen was um der lieben welt willen ist dann mit diesen tubacken im wirtshaus sitzen die weißen hüte auf der seite tragen und die augen aufsperren wie stadttore allen kegelten allen schießeten allen schlechten meitschen ihn nachstreichen das können sie aber wenn einer eine kuh melchen oder einen acker fahren soll so ist er fertig und wenn er ein werkholz in die finger nimmt so tut er dumm wie ein herr oder gar wie ein schreiber ich hab mich schon manchmal hoch verredet ich wolle keinen mann oder ich wisse dann für gewiß wie ich mit ihm fahren könne und wenn schon hie und da noch einer einen bauer abgibt so weiß man doch noch lange nicht was er für ein mann wird da lachten die andern gar sehr trieben dem mädchen das blut ins gesicht und das gespött mit ihm wie lange es wohl meine daß man einen auf die probe nehmen müsse bis man für gewiß wisse was er für ein mann werde so unter lachen und scherz nahm man viel fleisch zu sich vergaß auch die kannenbirrenschnitze nicht bis endlich der ältere götti sagte es dünke ihn man sollte einstweilen genug haben und etwas vom tische weg die beine würden unter dem tische ganz steif und alle pfeife schmecken nie besser als wenn man zuvor fleisch gegessen hätte dieser rat erhielt allgemeinen beifall wie auch die kindbett die leute einredeten man solle doch nicht vom tische weg wenn man einmal davon sei so bringe man die menschen fast nicht mehr dazu habe doch nicht kummer base sagte der vetter wenn du etwas gutes auf den tisch stellst so hast du mit geringer mühe uns wieder dabei und wenn wir uns ein wenig strecken so geht es um so handlicher wieder mit dem essen die männer machten nun die runde in den ställen taten einen blick auf die bühne ob noch altes heu vorhanden sei rühmten das schöne gras und schauten in die bäume hinauf wie groß der segen wohl sein möge der von ihnen zu hoffen sei unter einem der noch blühenden bäume machte der vetter halt und sagte da schicke es sich wohl am besten abzusitzen und ein pfeifchen anzustecken es sei gut kühl da und wenn die weiber wieder etwas gutes angerichtet hätten so sei man nahe bei der hand bald gesellte sich die gotte zu ihnen die mit den andern weibern den garten und die pflanzplätze besehen hatten der gotte kamen die andern weiber nach und eine nach der andern ließ sich nieder ins gras vorsichtig die schönen kittel in sicherheit bringend dagegen ihre unterröcke mit dem hellen roten rande der gefahr aussetzen ein andenken zu erhalten vom grünen grase der baum um den die ganze gesellschaft sich lagerte stand oberhalb des hauses am sanften abhang der halde zuerst ins auge fiel das schöne neue haus über dasselbe weg konnten die blicke schweifen an den jenseitigen talrand über manchen schönen reichen hof und weiterhin über grüne hügel und dunkle täler weg du hast da ein stattliches haus und alles ist gut angegeben dabei sagte der vetter jetzt könnt ihr auch sein darin und habt platz für alles ich konnte nie begreifen wie man sich in einem so schlechten haus so lange leiten kann wenn man geld und holz genug zum bauen hat wir zum exempel fixier nicht vetter sagte der großvater es hat von beidem nichts zu rühmen dann ist das bauen eine wüste sache man weiß wohl wie man anfängt aber nie wie man aufhört und manchmal ist einem noch dies im wege oder das an jedem orte etwas anders mir gefällt das haus ausnehmend wohl sagte eine der frauen wir sollten auch schon lange ein neues haben aber wir scheuen immer die kosten sobald mein mann aber kommt muß er dieses recht besehen es dünkt mich wenn wir so eins haben könnten ich wäre im himmel aber fragen möchte ich doch nehmt es nicht für ungut warum da gleich neben dem ersten fenster der wüste schwarze fensterpfosten bistel ist der steht dem ganze hause übel an der großvater machte ein bedenkliches gesicht zog noch härter an seiner pfeife und sagte endlich es hätte ein holz gefehlt beim aufrichten kein anderes sei gleich bei der hand gewesen da habe man in not und eile einiges vom alten hause genommen aber sagte die frau das schwarze holz war ja dazu noch zu kurz oben und unten ist es angesetzt und jeder nachbar hätte euch von herzen gern ein ganz neues stück gegeben ja wir haben es halt nicht besser gesinnet und durften unsere nachbarn nicht immer von neuem plagen sie hatten uns schon genug geholfen mit holz und fahren antwortete der alte hör ätti sagte der vetter mache nicht schneckentänze sondern gib die wahrheit an und aufrichtigen bericht schon manches habe ich raunen hören aber punktum das wahre nie vernehmen können jetzt schickt es sich so wohl bis die weiber den braten zweck haben du würdest uns damit so kurze zeit machen darum gib aufrichtigen bericht noch manchen schneckentanz machte der großvater ehe er sich dazu verstund aber der vetter und die weiber ließen nicht nach bis er es endlich versprach jedoch unter dem ausdrücklichen vorbehalt daß ihm dann lieber wäre was er erzähle bliebe unter ihnen und käme nicht weiter so etwas scheuen gar viele leute an einem hause und er möchte in seinen alten tagen nicht gerne seinen leuten böses spiel machen gotthelf die schwarze spinne alle mal wenn ich dieses holz betrachte begann der ehrwürdige alte so muß ich mich verwundern wie das wohl zuging das aus dem fernen morgenlande wo das menschengeschlecht entstanden sein soll menschen bis hierher kamen und diesen winkel in diesem engen graben fanden und muß denken was die welche bis hierher verschlagen oder gedrängt wurden alles ausgestanden haben werden und wer sie wohl mögen gewesen sein ich habe viel darüber nachgefragt aber nichts erfahren können als dass diese gegend schon sehr früh bewohnt gewesen ja sumiswald noch ehe unser heiland auf der welt war eine stadt gewesen sein soll aber aufgeschrieben steht das nirgends doch das weiß man daß es schon mehr als sechshundert jahre her ist daß das schloss steht wo jetzt der spital ist und wahrscheinlich um dieselbe zeit stund auch hier schon ein haus und gehörte samt einem großen teil der umgegend zu dem schlosse mußten dorthin zehnten und bodenzinse geben frondienste leisten ja die menschen waren leib eigen und nicht eigenen rechtens wie jetzt jeder ist sobald er zu jahren kömmt gar ungleich hatten es damals die menschen und nahe beieinander wohnten leibeigene welche die besten händel hatten und solche die schwer fast unerträglich bedrückt wurden ihres lebens nicht sicher waren ihr zustand hing jeweilen von ihren herren ab die waren gar ungleich und doch fast unumschränkt meister über ihre leute und diese fanden keinen dem sie so leichtlich und wirksam hätten klagen können die welche zu diesem schloss gehörten soll denn es schlimmer gehabt haben zu zeiten als die meisten welche zu anderen schlössern gehörten die meisten anderen schlösser gehörten einer familie kamen von dem vater auf den sohn da kannten der herr und seine leute sich von jugend auf und gar mancher war seinen leuten wie ein vater dieses schloss kam nämlich frühe in die hände von rittern die man die deutschen nannte und der welcher hier zu befehlen hatte den nannte man den diese oberen wechselten nun und bald war da einer aus dem sachsenland und bald einer aus dem schwabenland da kam keine anhänglichkeit auf und ein jeder brachte brauch und art mit aus seinem lande nun sollten sie eigentlich in polen und im preußenlande mit den heiden streiten und dort obgleich sie eigentlich geistliche ritter waren gewöhnten sie sich fast an ein heidnisch leben und gingen mit andern menschen um als ob kein gott im himmel wäre und wenn sie dann heimkamen so meinten sie noch immer sie seien im heidenland und trieben das gleiche spiel fort denn die welche lieber im schatten lustig lebten als im wüstenlande blutig stritten oder die welche ihre wunden heilten ihren leib stärken mußten kamen auf die güter welche der orden so soll man die gesellschaft der ritter genannt haben in deutschland und in der schweiz besaß und taten jeder nach seiner art und was ihm wohl gefiel einer der wüstesten soll der hans von stoffeln gewesen sein aus dem schwabenlande und unter ihm soll ich sich zugetragen haben was ihr von mir wissen wollt und was sich bei uns vom vater auf den sohn vererbet hat diesem hans von stoffeln fiel es bei dort hinten auf dem barhegen hubel ein großes schloß zu bauen dort wo man noch jetzt wenn es wild wetter geben will die schloßgeister ihre schätze sonnen sieht stand das schloß sonst bauten die ritter ihre schlösser über den straßen wie man jetzt die wirtshäuser an die straßen baut beides um die leute besser plündern zu können und auf verschiedene weise freilich warum aber der ritter dort auf dem wilden wüsten hubel in der einöde ein schloß haben wollte wissen wir nicht genug er wollte es und die bauern welche zum schlosse gehörten mußten es bauen der ritter fragte nach keinem von der jahreszeit gebotenen werk nicht nach dem heuet nicht nach der ernte nicht nach dem säet so und so viele züge müßten fahren so und so viele hände mußten arbeiten zu der und der zeit sollte der letzte ziegelgedeck der letzte nagel geschlagen sein dazu schenkte er keine zehntgabe kein mäß bodenzins kein faßnachtshuhn eh nicht einmal ein faßnachtsei barmherzigkeit kannte er keine die bedürfnisse armer leute kannte er nicht er ermunterte sie auf heidnische weise mit schlägen und schimpfen und wenn einer müde wurde langsamer sich rührte oder gar ruhen wollte so war der vogt hinter ihm mit der peitsche und weder alter noch schwachheit ward verschont wenn die wilden ritter oben waren so hatten sie ihre freude daran wenn die peitsche recht knallte und sonst trieben sie noch manchen schabernack mit den arbeitern wenn sie ihre arbeit mutwillig verdoppeln konnten so sparten sie es nicht und hatten dann große freude an ihrer angst an ihrem schweiß endlich war das schloß fertig fünf ellen dick die mauern niemand wußte warum es da oben stand aber die bauern waren froh daß es einmal stand wenn es doch stehen mußte der letzte nagel geschlagen der letzte ziegel oben war sie wischten sich den schweiß von den stirnen sahen mit betrübtem herzen sich um in ihrem besitztum sahen seufzend wie weit der unselige bau sie zurückgebracht aber war doch ein langer sommer vor ihnen und gott über ihnen darum faßten sie mut und kräftig den pflug und trösteten weib und kind die schweren hunger gelitten und denen arbeit eine neue pein schien aber kaum hatten sie den pflug ins feld geführt so kam die botschaft daß alle hofbauern eines abends der bestimmten stunde im schlosse zu summiswald sich einfinden sollten sie bangten und hofften freilich hatten sie von den gegenwärtigen bewohnern des schlosses noch nichts gutes genossen sondern lauter mutwillen und härte aber es dünkte sie billig daß die herren ihnen etwas täten für den unerhörten frohen dienst und weil es sie so dünkte so meinten viele es dünke die herren auch so und sie werden am selben abend ihnen ein geschenk machen oder einen nachlass verkünden wollen sie fanden sich am bestimmten abend zeitig und mit klopfendem herzen ein mussten aber lange warten im schlosshofe den knechten zum gespött die knechte waren auch im heidenlande gewesen zudem wird es gewesen sein wie jetzt wo jedes halbbatzige herrenknechtlein das recht zu haben meint gesessene bauern verachten zu können und verhöhnen zu dürfen endlich wurden sie in den rittersaal entboten vor ihnen öffnete sich die schwere türe drinnen saßen um den schweren eichentisch die schwarzbraunen ritter wilde hunde zu ihren füßen und obenan der von stoffeln ein wilder mächtiger mann der einen kopf hatte wie ein doppeltpernmäß augen machte wie pflugsräder und einen bart hatte wie eine alte löwenmähne keiner ging gerne zuerst hinein einer stieß den andern vor da lachten die ritter daß der wein über die humpen spritzte und wüten stürzend die hunde vor denn wenn diese zitternde zagende glieder sehen so meinen sie dieselben gehörten einem zu jagenden wilde den bauern aber ward nicht gut zumute es dünkte sie wenn sie nur wieder daheim wären und einer drückte sich hinter den andern als endlich hunde und ritter schwiegen erhobte er von stoffeln seine stimme und sie tönte wie aus einer hundertjährigen eiche mein schloß ist fertig doch noch eines fehlt der sommer kömmt und droben ist kein schattengang in zeit eines monades sollt ihr mir einen pflanzen sollt hundert ausgewachsene buchen nehmen aus dem mühneberg mit ästen und wurzeln und sollt sie mir pflanzen auf berhegen und wenn eine einzige buche fehlt so büßt ihr mir es mit gut und blut drunten steht trunk und imbiß aber morgen soll die erste buche auf berhegen stehen als von trunk und imbiß einer hörte meinte er der ritter sei gnädig und gut gelaunt und begann zu reden von ihrer notwendigen arbeit und dem hunger von weib und kind und vom winter wo die sache besser zu machen wäre da begann der zorn des ritters kopf größer und größer zu machen und seine stimme brach los wie der donner aus einer fluh und er sagte ihnen wenn er gnädig sei so seien sie übermütig wenn im polenlande einer das nackte leben habe so küsse er einem die füße hier hätten sie kind und rind dach und fach und doch nicht satt aber gehorsamer und genügsamer mache ich euch so wahr ich hans von stoffeln bin und wenn in munatsfrist ihr hundert buchen nicht oben stehen so lasse ich euch peitschen bis kein finger lang mehr ganz an euch ist und weiber und kinder werfe ich den hunden vor da wagte keiner mehr eine einrede aber auch keiner begehrte von dem trunk und imbiß sie drängten sich als der zornige befehl gegeben war zur tür hinaus und jeder wäre gern der erste gewesen und weithin folgte ihnen des ritters donnernde stimme nach der andern rittergelächter der knechte spott der rüden geheul als der weg sich beugte vom schlosse sie nicht mehr konnten gesehen werden setzten sie sich an des weges rand und weinten bitterlich keiner hatte einen trost für den andern und keiner hatte den mut zu rechtem zorn denn not und plage hatten den mut ihnen ausgelöscht so daß sie keine kräft mehr zum zorne hatten sondern nur noch zum jammer über drei stunden weit sollten sie durch wilde wege die buchen führen mit ästen und wurzeln den steilen berg hinauf und neben diesem berge wuchsen viele schöne buchen und die mußten sie stehen lassen in monatsfrist sollte das werk geschehen sein zwei tage drei den dritten vier bäume sollten sie schleppen durchs lange tal den steilen berg auf mit ihrem ermatteten vieh und über alles dies war es der maimond wo der bauer sich rühren muß auf seinem acker fast tag und nacht ihn nicht verlassen darf wenn er brot will und speise für den winter wie sie da so ratlos weinten und keiner den andern ansehen in den jammer des andern sehen durfte weil der seinige schon über ihm zusammenschlug und keiner heimdurfte mit der botschaft keiner den jammer heimtragen mochte zu weib und kind stund plötzlich vor ihnen sie wußten nicht woher lang und dürre ein grüner jägersmann auf dem kecken barett schwankte eine rote feder im schwarzen gesicht flammte ein rotes bärtchen und zwischen der gebogenen nase und dem zugespitzten kinn fast unsichtbar wie eine höhle unter überhangendem gestein öffnete sie sich ein mund und frug was gibt es ihr guten leute daß ihr da sitzet und heulet daß ihr steine aus dem boden sprengt und äßte ab den bäumen zweimal frug er also und zweimal erhielt er keine antwort da ward noch schwärzer des grünen schwarzgesicht noch röter das rote bärtchen es schien darin zu knistern und zu spritzeln wie feuer im tannenholz wie ein pfeil spitzte sich der mund dann tat er sich auseinander und frug ganz holzselig und mild aber ihr guten leute was hilft es euch daß ihr da sitzet und heulet ihr könnt da heulen bis es eine neue sündflut gibt oder euer geschrei die sterne aus dem himmel sprengt aber damit wird euch wahrscheinlich wenig geholfen sein wenn euch aber leute fragen was ihr hättet leute die es gut mit euch meinen euch vielleicht helfen können so solltet ihr statt zu heulen antworten und ein vernünftiges wort reden das hülfe euch viel mehr da schüttelte ein alter mann das weiße haupt und sprach haltet es nicht für ungut aber das worüber wir weinen nimmt kein jägersmann uns ab und wenn das herz einmal im jammer verschwollen ist so kommen keine worte mehr heraus da schüttelte sein spitziges gesicht der grüne und sprach vater ihr redet nicht dumm aber so ist es doch nicht man mag schlagen was man will stein oder baum so gibt es einen ton von sich es klagt so soll auch der mensch klagen soll alles klagen soll dem ersten besten klagen vielleicht hilft ihm der erste beste ich bin nur ein jägersmann wer weiß ob ich nicht daheim ein tüchtiges gespann habe holz und steine oder buchen und tannen zu führen als die armen bauern das wort gespann hörten fiel es ihnen allen ins herz ward da zu einem hoffnungsfunken und alle augen sahen auf ihn und dem alten ging der mund noch weiter auf er sprach es sei nicht immer richtig dem ersten besten zu sagen was man auf dem herzen hätte da man ihm es aber anhöre daß er es gut meine daß er vielleicht helfen könne so wolle man kein hehl vor ihm haben mehr als zwei jahre hätten sie schwer gelitten unter dem neuen schloßbau kein hauswesen sei in der ganzen herrschaft welches nicht bitterlich im mangel sei jetzt hätten sie frisch aufgeatmet in der meinung endlich freie hände zu haben zur eigenen arbeit hätten mit neuem mut den pflug ins feld geführt und soeben hätte der komptur ihnen befohlen aus im mündeberg gewachsenen buchen in monatsfrist beim neuen schloss einen neuen schattengang zu pflanzen sie wüßten nicht wie das vollbringen in dieser frist mit ihrem abgekarrten vieh und wenn sie es vollbrächten was hülfe es ihnen anpflanzen könnten sie nicht und müßten nachher hunger sterben und weil die harte arbeit sie nicht schon tötete diese botschaft dürften sie nicht heimtragen möchten nicht zum alten elend noch den neuen jammer schütten da machte der grüne ein gar mitleidiges gesicht hob drohend die lange magere schwarze hand gegen das schloß empor und vermaß sich zu schwerer rache gegen solche tyranniei ihnen aber wolle er helfen sein gespann wie keines sei im lande solle vom kilchstalten weg dies sei ihnen alle buchen soviel sie dorthin zu bringen vermöchten auf bärhegen führen ihnen zulieb den rittern zum trotz und um geringen lohn da horchten hoch auf die armen männer bei diesem unerwarteten anerbieten konnten sie um den lohn einig werden so waren sie gerettet denn bis an den kilchstalten konnten sie die buchen führen ohne daß ihre landarbeit darüber versäumt und sie zugrunde gingen darum sagte der alte so sag an was du verlangst auf daß wir mit dir des handels einig werden mögen da machte der grüne ein pfiffiges gesicht es knisterte in seinen bärchen und wie schlangen augen funkelten sie seine augen an und ein greulich lachen stand in beiden mundwinkeln als er ihn voneinander tat und sagte wie ich gesagt ich begehre nicht viel nicht mehr als ein ungetauft kind das wort zuckte durch die männer wie ein blitz wie eine decke vieles von ihren augen und wie sprau im wirbelwinde stoben sie auseinander da lachte hellauf der grüne daß die fische im bache sich bargen die vögel das dickicht zugten und grausig schwankte die feder am hute und auf und nieder ging das bärtchen besinnet euch oder suchet bei euren weibern rat in der dritten nacht findet ihr mich hier wieder so rief er den fliehenden mit scharftönen der stimme nach dass die worte in ihren ohren hängen blieben wie pfeile mit widerhaken hängen bleiben im fleisch blaß und zitternd an der seele und an allen gliedern stäubten die männer nach hause keiner sah dem andern sich um keiner hätte den hals gedreht nicht um alle güter der welt als so verstört die männer dahergestoben kamen wie tauben vom vogel gejagt zum taubenschlag der drang mit ihnen der schrecken in alle häuser und alle bebten vor der kunde welche den männern die glieder also durcheinander warf in zitternder neugierde schlichen die weiber den männern nach bis sie dieselben an den orten hatten wo man im stillen ein vertraut wort reden konnte da mußte jedermann seinem weib erzählen was sie im schloß vernommen das hörten sie mit wut und fluch sie mußten erzählen wer ihnen begegnet was er ihnen angetragen da ergriff namenlose angst die weiber ein wegeschrei ertönte über berg und tal einer jeden ward als hätte ihr eigen kind der ruchlose begehrt ein einziges weib schrie nicht den andern gleich es war ein grausam handlich weib eine lindauerin soll es gewesen sein und hier auf dem hofe hat es gewohnt es hatte wilde schwarze augen und fürchtete sich nicht viel vor gott und menschen böse war es schon geworden daß die männer dem ritter nicht rundweg das begehren abgeschlagen wenn es dabei gewesen es hätte ihm es sagen wollen sagte es als sie vom grünen hörte und seinem antrage und wie die männer davongestoben da ward sie erst recht böse und schallte die männer über ihre feigheit und da sie dem grünen nicht kecker ins gesicht gesehen vielleicht hätte er mit einem andern lohne sich auch begnügt und da die arbeit für das schloß sei würde es ihren seelen nicht schaden wenn der teufel sie mache sie ergrimmte in der seele daß sie nicht dabei gewesen und wäre es nur damit sie einmal den teufel gesehen und auch wüßte was er für ein aussehen hätte darum weinte dieses weib nicht sondern redete in seinem grimme harte worte gegen den eigenen mann und gegen alle andern männer des folgenden tages als in stilles gewimmer das wegeschrei verglommen war saßen die männer zusammen suchten rat und fanden keinen anfangs war die rede von neuem bitten bei dem ritter aber niemand wollte bitten gehen keinem schien leib und leben feil einer wollte weiber und kinder schicken mit geheul und jammer der aber verstummte schnell als die weiber zu reden begannen denn schon damals waren die weiber in der nähe wenn die männer im rate saßen sie wußten keinen rat als in gottes namen gehorsam zu versuchen sie wollten messen lesen lassen um gottes beistand zu gewinnen wollten nachbarn um nächtliche geheime hülfe ansprechen denn eine offenbare hätten ihnen ihr herr nicht erlaubt wollten sich teilen die hälfte sollte bei den buchen schaffen die andere hälfte aber haber säen und des viehs warten sie hofften auf diese weise und mit gottes hülfe täglich wenigstens drei buchen auf berhegen hinauf zu schaffen vom grünen redete niemand ob niemand an ihn dachte ist nicht verzeichnet worden sie teilten sich ein rüsteten die werkzeuge und als der erste maitag über seine schwelle kam sammelten die männer sich am mündeberg und begannen mit gefasstem mute die arbeit in weitem ringe mußten die buchen umgraben sorgfältig die wurzeln geschont sorgfältig die bäume damit sie sich nicht verletzend zur erde gelassen werden noch war der morgen nicht hoch am himmel als drei zur abfahrt bereit lagen denn immer drei sollten zusammengeführt werden damit man auf dem schweren weg mit hand und vieh sich gegenseitig helfen könne aber schon stand die sonne am mittag und noch waren sie mit den drei buchen nicht zum wald hinaus schon stand sie hinter den bergen und noch waren die züge nicht über sommis wald hinaus erst der neue morgen fand sie am fuße des berges auf dem das schloß stand und die buchen sollten gepflanzet werden es war als ob ein eigener unstern macht hätte über sie ein mißgeschick nach dem andern traf sie die geschirre zerrissen die wagen brachen pferde und ochsen fielen oder weigerten ihn gehorsam noch ärger ging es am zweiten tage neue not brachte immerfort neue mühe unter rastloser arbeit keuchten die armen und keine buche war noch oben keine vierte buche übers umis wald hinaus geschafft der von stoffeln schalt und fluchte je mehr er schalt und fluchte um so größer ward der unstern um so stättiger das vieh die andern richter lachten und höhnten und freuten sich gar sehr über das zappeln der bauer den zorn des von stoffeln sie hatten gelacht über des von stoffeln alles schloß auf dem nackten gipfel da hatte der gesporen in monatsfrist müsse ein schöner laubgang droben sein darum fluchte er darum lachten die ritter und weinen taten die bauern eine fürchterliche mutlosigkeit erfaßte diese keinen wagen hatten sie mehr ganz keinen zug unbeschädigt in zwei tagen nicht drei buchen zur stelle gebracht und alle kraft war erschöpft nacht war es geworden schwarze wolken stiegen auf es blitzte zum ersten mal in diesem jahre an den weg hatten sich die männer gesetzt es war die gleiche beugung des weges in welcher sie vor drei tagen gesessen waren sie wußten es aber nicht da saß der hornbachbauer der lindauerin mann mit zwei knechten und andere mehr saßen auch bei ihnen sie wollten da auf buchen warten die von sumiswald kommen sollten wollten ungestört sinnen über ihr elend wollten ruhen lassen ihre zerschlagenen glieder da kam rasch daß es fast pfiff wie der wind pfeift wenn er aus den kammern entronnen ist ein weib daher einen großen korb auf dem kopfe es war christine die lindauerin des hornbachbauern eheweib zu dem derselbe gekommen war als er einmal mit seinem herrn zu felde gezogen war sie war nicht von den weibern die froh sind daheim zu sein in der stille ihre geschäfte zu beschicken und die sich um nichts kümmern als um haus und kind christine wollte wissen was ging und wo sie ihren rat nicht dazu geben konnte da ginge es schlecht so meinte sie mit der speise hatte sie daher keine magd gesandt sondern den schweren korb auf den eigenen kopf genommen und die männer lange gesucht umsonst bittere worte ließ sie fallen darüber sobald sie dieselben gefunden unterdessen war sie aber nicht müßig die konnte noch reden und schaffen zu gleicher zeit sie stellte den korb ab deckte den kübel ab in welchem das hafermus war legte das brot und den käse zurecht und steckte jedem gegenüber für mann und knecht die löffel ins muß und hieß auch die andern zugreifen die noch speislos waren dann frug sie nach der männer tagwerk und wieviel geschaffen worden in den zwei tagen aber hunger und worte waren den männern ausgegangen und keiner griff zum löffel und keiner hatte eine antwort nur ein leichtfertig knechtlein dem es gleichgültig war regne oder sonnenscheine es in der ernte wenn nur das jahr umging und der lohn kam und zu jeder essenszeit das essen auf dem tisch griff zum löffel und berichtete christine daß noch keine buche gepflanzet sei und alles gehe als ob sie verhext wären da schalt die lindauerin daß alles eitel einbildung wäre und die männer nichts als kindbetterinnen mit schaffen und weinen mit hocken und heulen werde man keine buchen auf berghegen bringen ihnen würde nur ihr recht widerfahren wenn der ritter seinen mutwillen an ihnen ausließe aber um weib und kinderwillen müsse die sache anders zur hand genommen werden da kam plötzlich über die achsel des weibes eine lange schwarze hand und eine gellende stimme rief ja die hat recht und mitten unter ihnen stand mit grinsendem gesicht der grüne und lustig schwankte die rote feder auf seinem hute da hob der schreck die männer von dannen sie stoben die halde auf wie spreu im wirbelwinde nur christine die lindauerin konnte nicht fliehen sie erfuhr es wie man den teufel leibhaftig kriegt wenn man ihn an die wand male sie blieb stehen wie gebannt musste schauen die rote feder am barett und wie das rote bärtchen lustig auf und nieder ging im schwarzen gesicht gellend lachte der grüne den männern nach aber gegen christine machte er ein zärtlich gesicht und fasste mit höflicher gebärde ihre hand christine wollte sie wegziehen aber sie entran dem grünen nicht mehr es war ihr als zische fleisch zwischen glühenden zangen und schöne worte begann er zu reden und zu den worten zwitzerte lüstern sein rotes bärtchen auf und ab so ein schönes weibchen habe er lange nicht gesehen sagte er das herz lache ihm im leibe zudem habe er sie gerne mutig und gerade diese an ihm am liebsten welche stehen bleiben dürften wenn die männer davon liefen wie er so redete kam christine der grüne immer weniger schreckhaft vor mit dem sei doch noch zu reden dachte sie und sie wüßte nicht warum davonlaufen sie hätte schon viel wüstere gesehen der gedanke kam ihr immer mehr mit dem ließe sich etwas machen und wenn man recht mit ihm zu reden wüßte so täte er einem wohl einen gefallen oder am ende könnte man ihn übertölpeln wie die andern männer auch er wüßte gar nicht fuhr der grüne fort warum man sich so vor ihm scheue er meine es doch gut mit allen menschen und wenn man so grob gegen ihn sei so müsse man sich nicht wundern wenn er den leuten nicht immer täte was ihnen am liebsten wäre da faßte christine ein herz und antwortete er erschrecke die leute aber auch daß es schrecklich wäre warum habe er ein ungetauft kind verlangt er hätte doch von einem andern lohn reden können aber das komme den leuten gar verdächtig vor ein kind sei immer ein mensch und ungetauft eins aus den händen geben das werde kein christ tun das ist mein lohn an den ich gewohnt bin und um andern fahre ich nicht und was fragt man doch so einem kinde nach das noch niemand kennt so jung gibt man sie am liebsten weg hat man doch noch keine freude an ihnen gehabt und keine mühe mit ihnen ich aber habe sie je jünger je lieber je früher ich ein kind erziehen kann auf meine manier um so weiter bringe ich es dazu habe ich aber das taufen gar nicht nötig und will es nicht da sah christine wohl daß er mit keinem andern lohn sich werde begnügen wollen aber es wuchs in ihr immer mehr der gedanke das wäre doch der einzige der nicht zu betrügen wäre darum sagte sie wenn aber einer etwas verdienen wolle so müsse er sich mit dem lohne begnügen den man ihm geben könne sie aber hätten gegenwärtig in keinem hause ein ungetauft kind und in monatsfrist gäbe es keins und in dieser zeit müssen die buchen geliefert sein da schwänzelte gar höflich der grüne und sagte ich begehre das kind ja nicht zum voraus sobald man mir verspricht das erste zu liefern ungetauft welches geboren wird so bin ich schon zufrieden das gefiel christine gar wohl sie wußte daß es in geraumer zeit kein kind geben werde in ihrer herrengebiet wenn nun einmal der grüne sein versprechen gehalten und die buchen gepflanzt seien so brauche man ihm gar nichts mehr zu geben weder ein kind noch was anderes man lasse messen lesen zu schutz und trutz und lache tapfer den grünen aus so dachte christine sie dankte daher schon ganz herzhaft für das gute anerbieten und sagte es sei zu bedenken und sie wolle mit den männern darüber reden ja sagte der grüne das ist gar nichts mehr weder zu denken noch zu reden für heute habe ich euch bestellt und jetzt will ich den bescheid ich habe noch an gar vielen orten zu tun und bin ich bloß wegen euch da du musst mir zu oder absagen nachher will ich von dem ganzen handeln nichts mehr wissen christine wollte die sache verdrehen denn sie nahm sie nicht gerne auf sich sie wäre sogar gerne zärtlich geworden um stündigung zu erhalten allein der grüne war nicht aufgelegt wankte nicht jetzt oder nie sagte er sobald aber der handel geschlossen sei um ein einziges kind so wolle er in jeder nacht soviel buchen auf berhegen führen als man ihn vor mitternacht unten an den kilchstalden liefere dort wolle er sie in empfang nehmen nun schöne frau bedenke dich nicht sagte der grüne und klopfte christine holzselig auf die wange da klopfte doch ihr herz sie hätte lieber die männer hineingestoßen um hintendrei sie schuld geben zu können aber die zeit drängte kein mann war da als sündenbock und der glaube verließ sie nicht daß sie listiger als der grüne sei und wohl ein einfall kommen werde ihn mit langer nase abzuspeisen darum sagte christine sie für ihre person wolle zugesagt haben wenn aber dann später die männer nicht wollten so vermöchte sie sich dessen nicht und er solle sie nicht entgelten lassen mit dem versprechen zu tun was sie könne sei er hinlänglich zufrieden sagte der grüne jetzt schauderte es christine doch an leib und seele jetzt meinte sie komme der schreckliche augenblick wo sie mit blut von ihrem blute dem grüne den akkord unterschreiben müsse aber der grüne machte es viel leichtlicher und sagte von hübschen weibern begehre er nie eine unterschrift mit einem kuß sei er zufrieden somit spitzte er den mund gegen christines gesicht und christine konnte nicht fliehen war wiederum wie gebannt steif und starr da berührte der spitzige mund christines gesicht und ihr war als ob von spitzigem eisen aus feuer durch mark und bein fahre durch leib und seele und ein gelber blitz fuhr zwischen ihnen durch und zeigte christine freudig verzerrt des grünen teuflisch gesicht und ein donner fuhr über sie als ob der himmel zersprungen wäre verschwunden war der grüne und christine stund wie versteinert als ob tief in den boden hinunter ihre füße wurzeln getrieben hätten in jenem schrecklichen augenblick endlich ward sie ihrer glieder wieder mächtig aber im gemüt brauste und sauste es ihr als ob ein mächtiges wasser seine fluten wälze über turmhohen felsen hinunter im schwarzen schlund wie man im donner der wasser die eigene stimme nicht hört so ward christine der eigenen gedanken sich nicht bewußt im tosen das donnerte in ihrem gemüte unwillkürlich floh sie den berg hinan und immer glühender fühlte sie ein brennen an ihrer wange da wo des grünen mund sie berührt sie rieb sie wusch aber der brand nahm nicht ab es ward eine wilde nacht in lüften und klüften heulte und toste es als ob die geister der nachthochzeit hielten in den schwarzen wolken die winde die wilden reigen spielten zu ihrem grausen tanze die blitze die hochzeitsfackeln wären und der donner der hochzeitssegen in dieser jahreszeit hatte man eine solche nacht noch nie erlebt im finsteren bergestale regte es sich um ein großes haus und viele drängten sich um sein schirmend obdach sonst treibt im gewittersturm die angst um den eigenen herd den landmann unter das eigene dach und sorgsam wachend solange das gewitter am himmel steht wahret und hütet er das eigene haus aber jetzt war die gemeinsame not größer als die angst vor dem gewitter diese trieb sie in diesem hause zusammen an welchem vorbeigehen mußten die welche der sturm aus dem mündeberg trieb und die welche von berhegen sich geflüchtet den graus der nacht ob dem eigenen elend vergessen hörte man sie klagen und grollen über ihr missgeschick zu allem unglück war noch das toben der natur gekommen pferde und ochsen waren scheu geworden betäubt hatten wagen zertrümmert sich über felsen gestürzt und schwer verwundet stöhnte mancher in tiefem schmerze laut aufschrie mancher dem man zerrissene glieder einzog und zusammenband in das elend hinein flüchteten sich auch in schauerlicher nacht die welche den grünen gesehen und erzählten bebend die wiederholte erscheinung bebend hörte die menge was die männer erzählten drängte sich aus dem weiten dunklen raum dem feuer zu um welches die männer saßen und wenn der wind durch die sparren fuhr oder donner über dem hause rollte so schrie laut auf die menge und meinte es breche durchs dach der grüne sich zu zeigen in ihrer mitte als er aber nicht kam als der schreck vor ihm verging als das alte elend blieb und der jammer der leidenden lauter wurde da stiegen allmählich die gedanken auf die den menschen der in not ist so gerne um seine seele bringen sie begannen zu rechnen wie viel mehr wert sie alle seien als ein einzig ungetauft kind und sie vergaßen immer mehr daß die schuld an einer seele tausendmal schwerer wiege als die rettung von tausend und abermal tausend menschen leben diese gedanken wurden allmählich laut und begannen sich zu mischen als verständliche worte in das schmerzensgestöhne der leidenden man fragte näher nach dem grünen grollte daß man ihm nicht besser rede gestanden genommen hätte er niemand und je weniger man ihn fürchte um so weniger tue er den menschen dem ganzen tale hätten sie vielleicht helfen können wenn sie das herz am rechten orte gehabt hätten da begannen die männer sich zu entschuldigen sie sagten nicht daß es sich mit dem teufel nicht spaßen lasse das wäre ihm ein ohrlei bald den ganzen kopf ihm geben müsse sondern sie redeten von des grünen schrecklicher gestalt seinem flammenparte der feurigen feder auf seinem hute einem schloßturme gleich und dem schrecklichen schwefelgeruch den sie nicht hätten ertragen mögen christines mann aber der gewöhnt worden war daß sein wort erst durch die zustimmung seiner frau kraft erhielt sagte sie sollten nur seine frau fragen die könne ihnen sagen ob es jemand hätte aushalten mögen und daß sie ein couragiertes weib sei das wüssten alle da sahen alle nach christine sich um aber keiner sah sie es hatte jeder nur an seine rettung gedacht und an andere nicht und wie jetzt jeder am trockenen saß so meinte er die andern säßen ebenso jetzt erst fiel allen bei daß sie christine seit jenem schrecklichen augenblick nicht mehr gesehen und ins haus war sie nicht gekommen da begann der mann zu jammern und alle andern mit ihm denn es ward ihnen allen als ob christine allein zu helfen wüsste plötzlich ging die tür auf und christine stand mitten unter ihnen ihre haare trieften rot waren ihre wangen und ihre augen brannten noch dunkler als sonst in unheimlichem feuer eine teilnahme deren christine sonst nicht gewohnt war empfing sie und jeder wollte ihr erzählen was man gedacht und gesagt und wie man kummer um sie gehabt christine sah bald was alles zu bedeuten hatte und verbarg ihre innere glut hinter spöttische worte warf den männern ihre übereilte flucht vor und wie keiner sich um ein arm weib bekümmert und keiner sich umgesehen was der grüne mit ihr beginne da brach der sturm der neugierde aus und jeder wollte zuerst wissen was nun der grüne mit ihr angefangen und die hintersten hoben sich hoch auf um besser zu hören und die frau näher zu sehen die dem grünen so nahe gestanden sie sollte nichts sagen meinte christine zuerst man hätte es nicht um sie verdient als fremde sei sie übel geplaget im tale die weiber hätten ihr üblen namen angehängt die männer sie allenthalben im stich gelassen und wenn sie nicht besser gesinnet wäre als alle und wenn sie nicht mehr mut hätte als alle so wäre noch jetzt weder trost noch ausweg da so redete christine noch lange warf harte worte gegen die weiber die ihr nie hätten glauben wollen daß der bodensee größer sei als der schloßteich und je mehr man ihr anhielt umso härter schien sie zu werden und stützte sich besonders darauf das was sie zu sagen hätte man ihr übel auslegen und wenn die sache gut käme ihr keinen dank haben werde käme sie aber übel so lüde man ihr alle schuld auf und die ganze verantwortung als endlich die ganze versammlung vor christine wie auf den knien lag mit bitten und flehen und die verwundeten laut aufschrien und anhielten da schien christine zu erweichen und begann zu erzählen wie sie standgehalten und mit dem grünen abrede getroffen aber von dem kusse sagte sie nichts nichts davon wie er sie auf der wange gebrannt und wie es ihr getoset im gemüte aber sie erzählte was sie seither gesinnet im verschlagen gemüte das wichtigste sei daß die buchen nach berhegen geschafft würden seien sie einmal oben so könne man immer noch sehen was man machen wolle die hauptsache sei daß bis dahin soviel ihr bekannt unter ihnen kein kind werde geboren werden vielen lief es kalt den rücken auf bei der erzählung aber daß man doch immer noch sehen könne was man machen wolle das gefiel allen wohl nur ein junges weibchen weinte gar bitterlich daß man unter seinen augen die hände hätte waschen können aber sagen tat es nichts ein alter ehrwürdig weib dagegen hochgestaltet und mit einem gesichte vor dem man sich sonst beugen oder vor ihm fliehen musste trat in die mitte und sprach gott vergessen wäre es gehandelt auf das ungewisse das gewisse stellen und spielen mit dem ewigen leben wer mit dem bösen sich einlasse komme vom bösen nimmer los und wer ihm den finger gebe den behalte er mit leib und seele aus diesem elend könne niemand helfen als gott wer ihn aber verlasse in der not der versinke in der not aber diesmal verachtete man der alten rede und schweigen hieß man das junge weibchen mit weinen und heulen sei einem diesmal nicht geholfen da bedürfe man hülfe anderer art hieß es rätig wurde man bald die sache zu versuchen bös könne das kaum gehen im bösesten fall aber nicht das erstemal sei es daß menschen die schlimmsten geister betrugen und wenn sie selbst nichts wüßten so fände wohl ein priesterrat und ausweg aber in finsterm gemüte soll mancher gedacht haben wie er später bekannte gar viel geld und umtriebe wage er nicht eines ungetauften kindes wegen als der rat nach christines sinn gefasst wurde da war es als ob alle wirbelwinde über dem hause zusammenstießen die heere der wilden jäger vor übersausten die posten des hauses wankten die balken bogen sich bäume splitterten am hause wie speere auf einer ritterbrust blaß wurden drinnen die menschen grauen überfiel sie aber den rat lösten sie nicht bei grauendem morgen begannen sie seine ausführung schön und hell war der morgen gewitter und hexenwerke verschwunden die äxte hieben noch einmal so scharf als sonst der boden war locker und jede buche fiel gerade wie man sie haben wollte kein wagen brach mehr das vieh war willig und stark und die menschen geschützt vor jedem unfall wie durch unsichtbare hand nur eines war sonderbar unterhalb summis wald führte damals noch kein weg ins hintere tal dort war noch sumpf den die zügellose grüne bewässerte man mußte den stalden auf durchs dorf fahren an der kirche vorbei sie fuhren wie in den früheren tagen immer drei züge auf einmal um einander helfen zu können mit rat kraft und vieh und hatten nun nur durch summis wald zu fahren außerhalb des dorfes den kilchstalden ab an dem eine kleine kapelle stand unterhalb desselben auf ebenem wege hatten sie die buchen abzulegen sobald sie den stalden auf waren und auf ebenem wege gegen die kirche kamen so war das gewicht der wagen nicht leichter sondern schwerer und schwerer sie mußten tiere vorspannen so viele sie deren hatten mußten unmenschlich auf sie schlagen mußten selbst hand an die speichen legen dazu scheuten die sanftesten rosse als ob etwas unsichtbares vom kirchhofe her ihnen im wege stehe und ein dumpfer glockenton fast wie der verirrte schall einer fernen totenglocke kam von der kirche her das ein eigentümlich grauen die stärksten männer ergriff und jedesmal menschen und tiere bebten wenn man gegen die kirche kam war man einmal vorbei so konnte man ruhig fahren ruhig abladen ruhig zu frischer ladung wieder gehen sechs buchen lud man am selbigen tag nebeneinander ab an die abgeredete stelle sechs buchen waren am folgenden morgen zum erhegen oben gepflanzt und durchs ganze tal hin hatte niemand eine achse gehört die sich umgedreht um ihre spule niemand der fuhrleute üblich geschrei der pferde wiehern der ochsen einförmig gebrüll aber sechs buchen standen oben die konnte sehen wer wollte und es waren die sechs buchen die man unten an dem stalden hingelegt hatte und nicht andere da war das staunen groß im ganzen tale und die neugierde regte sich bei männiglich absonderlich die ritter nahm es wunder welche pacht die bauern geschlossen und auf welche weise die buchen zur stelle geschafft würden sie hätten gerne auf heidnische weise den bauern das geheimnis ausgepreßt allein sie sahen bald daß die bauern auch nicht alles wüßten daß sie selbst halb erschrocken waren zudem wehrte der von stoffeln dem war es nicht nur gleichgültig wie die buchen nach bärhegen kam im gegenteil wenn nur die buchen heraufkamen so sei er gerne daß die bauern dabei geschont wurden er hatte wohl gesehen daß der spott der ritter ihn zu einer unbesonnenheit verleitet hatte denn wenn die bauern zugrunde gingen die felder unbestellt blieben so hatte die herrschaft den größten schaden dabei allein was der von stoffeln einmal gesagt hatte dabei blieb es die erleichterung welche die bauern sich verschafft war ihm daher ganz recht und ganz gleichgültig ob sie dafür ihre seelen verschrieben denn was gingen ihn der bauernseelen an wenn einmal der tod ihre leiber genommen er lachte jetzt über seine ritter und schützte die bauern vor ihrem mutwillen diese wollten den handel doch ergründen und sandten knappen zur wache die fand man des morgens halbtot in gräben wohin eine unsichtbare hand sie geschleudert da zogen zwei ritter hin auf bärhegen es waren kühne degen und wo ein wagnis zu bestehen gewesen im heidenland da hatten sie es bestanden am morgen fand man sie erstarrt am boden und als sie der rede wieder mächtig waren sagten sie ein roter ritter mit feuriger lanze hätte sie niedergerannt hie und da konnte eine neugierige weibseele sich nicht enthalten wenn es mitternacht war durch eine spalte oder lucke nach dem weg im tal zu sehen alsbald wehte sie ein giftiger wind an das gesicht schwoll auf wochenlang konnte man weder nase noch augen sehen den mund mit mühe finden da verging den leuten das spähen und kein auge sah mehr zu tale wenn mitternacht über demselben lag einmal aber kam plötzlich einem manne das sterben an er bedürfte des letzten trostes aber niemand durfte den priester holen denn mitternacht war nahe und der weg führte am kilchstalden vorbei da lief ein unschuldig bübchen gott und menschenlieb aus angst um den vater ungeheißen sumiswald zu als er gegen den kilchstalden kam sah er von dort die buchen auffahren vom boden jede von zwei feurigen eichhörnchen gezogen und nebenbei sah er reiten auf schwarzem bocke einen grünen mann eine feurige geißel hatte er in der hand einen feurigen bart im gesichte und auf dem hute schwankte glutrot eine feder so sei der zug gefahren hoch durch die lüfte über alle ecken weg und schnell wie ein augenblick solches sah der knabe und niemand tat ihm was noch waren nicht drei wochen vergangen so stunden neunzig buchen auf bärhegen machten einen schönen schattengang denn alle schlugen üppig aus keine einzige verdorrte aber die ritter und auch der von stoffeln ergingen sich nicht oft darin es wehte sie allemal ein heimlich grauen an sie hätten von der sache lieber nichts mehr gewußt aber keiner machte ihr ein ende es tröstete ein jeder für sich fehle es so trage der andere die schuld den bauern aber wollte es mit jeder buche welche oben war denn mit jeder buche wuchs die hoffnung dem herrn zu genügen den grünen zu betrügen er hatte ja kein unterpfand und war die hundertste einmal oben was frugen die da dem grünen nach indessen waren sie der sache noch nicht sicher alle tage fürchteten sie erspiele ihnen einen schabernack und lasse sie ihm stiche am urbanustage brachten sie ihm die letzten buchen an den kilchstalden und alt und jung schlief wenig in selber nacht man konnte fast nicht glauben daß er ohne umstände und ohne kind oder pfand die arbeit vollende am folgenden morgen lange vor der sonne waren alt und jung auf den beinen in allen regte sich die gleiche neugierige angst aber lange wagte sich keiner auf dem platz wo die buchen lagen man wusste nicht lag dort eine beize für die welche den grünen betrügen wollten ein wilder kürbub der zieger von der alp gebracht wagte es endlich sprang voran und fand keine buchen mehr und keine hinterlist tat auf dem platze sich kund noch trauten sie dem spiele nicht ihnen vorauf mußte der kürbubnachbär hegen dort war alles in der ordnung hundert buchen standen in reih und glied keine war verdorret keinem aus ihnen lief das gesicht auf keinem tat ein glied weh da stieg der jubel hoch in ihren herzen und viel spott gegen den grünen und gegen die ritter floß zum drittenmal sandten sie aus den wilden kürbub und ließen dem von stoffeln sagen es sei auf berg hegen und alles in ordnung er möchte kommen und die buchen zählen dem aber ward es graulicht und er ließ ihnen sagen sie sollten machen daß sie heimkämen gerne hätte er ihnen sagen lassen sie sollten den ganzen schattengang wieder wegschaffen aber er tat es nicht seiner ritter wegen es sollte nicht heißen er fürchte sich aber er wußte nicht um der bauernpacht und wer sich in den handel mischen könnte als der kürbub den bescheid brachte da schwollen die herzen noch trotziger auf die wilde jugend tanzte im schattengange wildes jodeln hallte von kluft zu kluft von berg zu berg halte an den mauern des schlosses summiswald wieder bedächtige alte warnten und baten aber trotzige herren achten bedächtige alten warnung nicht wenn dann das unglück da ist so sollen es die alten mit ihrem zagen und warnen herbeigezogen haben die zeit ist noch nicht da wo man es erkennt daß der trotz das unglück aus dem boden stampft der jubel zog sich über berg und tal in alle häuser und wo noch eines fingers lang fleisch im rauche hing da ward es gekocht und wo noch eine hand groß butter im hafen war da wurde geküchelt das fleisch wurde gegessen die küchli schwanden der tag war verronnen und ein anderer tag stieg am himmel auf immer näher kam der tag an welchem ein weib ein kind gebären sollte und je näher der tag kam um so dringlicher kam die angst wieder der grüne werde sich wieder künden fordern was ihm gehöre oder ihnen eine beize legen gotthelf die schwarze spinne dritter teil den jammer jenes jungen weibes welches das kind gebären sollte wer will ihn ermessen im ganzen hause tönte er wieder er griff nach und nach alle glieder des hauses und rat wußte niemand wohl aber daß dem mit dem man sich eingelassen nicht zu trauen sei je näher die verhängnisvolle stunde kam um so näher drängte das arme weibchen sich zu gott umklammerte nicht mit den armen allein sondern mit dem leib und der seele und aus ganzem gemüte die heilige mutter bittend um schutz um ihres gebenedeuten sohnes willen und ihr ward immer klarer daß im leben und sterben in jeder not der größte trost bei gott ist denn wo der sei da dürfe der böse nicht sein und hätte keine macht immer deutlich ertrat der glaube vor dessen seele daß wenn ein priester des herrn mit dem allerheiligsten dem heiligen leibe des erlösers bei der geburt zugegen wäre und bewaffnet mit kräftigen bannsprüchen so dürfte kein böser geist sich nahen und alsobald könnte der priester das neugeborene kind mit dem sakrament der taufe versehen was die damalige sitte erlaubte dann wäre das arme kind der gefahr für immer entrissen welche die vermessenheit der väter über ins gebracht dieser glaube stieg auch bei den andern auf und der jammer des jungen weibes ging ihnen zu herzen aber sie scheuten sich dem priester ihre pacht mit dem satan zu bekennen und niemand war seither zur weichte gegangen und niemand hatte im rede gestanden er war ein gar frommer mann selbst die ritter des schlosses trieben keinen kurzweil mit ihm er aber sagte ihnen die wahrheit wenn einmal die sache getan sei so könne er sie nicht mehr hindern hatten die bauern gedacht aber jetzt war doch niemand gern der erste der es ihm sagte das gewissen sagte ihnen wohl warum endlich drang einem weibe der jammer zu herzen es lief hin und offenbarte dem priester den handel und des armen weibes wunsch gewaltig entsetzte sich der fromme mann aber mit leeren worten verlor er die zeit nicht kühn trat er für eine arme seele in den kampf mit dem gewaltigen widersacher er war einer von denen die den härtesten kampf nicht scheuen weil sie gekrönt werden wollen mit der krone des ewigen lebens und weil sie wohl wissen es werde keiner gekrönet er kämpfe den recht ums haus in welchem das weib ihrer stunde harte zog er den heiligen mann mit geweihtem wasser den böse geister nicht überschreiten dürfen segnete die schwelle ein die ganze stube und ruhig gebar das weib und ungestört taufte der priester das kind ruhig blieb es auch draußen am klaren himmel flimmerten die hellen sterne leise lüfte spielten in den bäumen einwiehernd gelächter wollten die einen gehört haben von ferne her die anderen aber meinten es seien nur die käuslein gewesen an des waldes saum alle die da waren freuten sich höchlich und alle angst war verschwunden auf immer wie sie meinten hatten sie den grünen einmal angeführt so konnten sie es immer tun mit dem gleichen mittel ein großes mahl ward zugerichtet weither wurden die gäste entboten umsonst mahnte der priester des herrn von schmaus und jubel ab mahnte zu sagen und zu beten denn noch sei der feind nicht besiegt gott nicht gesühnt es sei ihm im geiste als dürfe er ihnen keine buße zur sühnung auferlegen als nahe sich eine buße gewaltig und schwer aus gottes selbsteigner hand aber sie hörten ihn nicht wollten ihn befriedigen mit speis und trank er aber ging betrübt weg bat für die welche nicht wüßten was sie täten und rüstete sich mit beten und fasten zu kämpfen als ein getreuer hirt für die anvertraute herde mitten unter den jubilierenden ist auch christine gesessen aber sonderbar stille mit glühenden wangen düstern augen seltsam sah man es zucken in ihrem gesicht christine war bei der geburt zugegen gewesen als erfahrene wehmutter war bei der plötzlichen taufe zu gevatter gestanden mit frechem herzen ohne furcht aber wie der priester das wasser sprengte über das kind und es taufte in den reihöchsten namen da war es ihr als drücke man ihr plötzlich ein feurig eisen auf die stelle wo sie des grünen kuss empfangen in jähem schrecken war sie zusammengezuckt das kind fast zur erde gefallen und seither hatte der schmerz nicht abgenommen sondern ward glühender von stunde zu stunde anfangs war sie stille gesessen hatte den schmerz unterdrückt und heimlich die schweren gedanken gewälzeten ihrer erwachten seele aber immer häufiger fuhr sie mit der hand nach dem brennenden fleck auf dem ihr eine giftige wespe zu sitzen schien die ihr einen glühenden stachel bohrte bis ins mark hinein als keine wespe zu verjagen war die stiche immer heißer wurden die gedanken immer schrecklicher da begann christine ihre wange zu zeigen zu fragen was darauf zu sehen sei und immer von neuem frug christine aber niemand sah etwas und bald noch niemand mehr mit dem spähen auf den wangen die lust sich verkürzen endlich konnte sie noch ein altweiber bitten eben krähte der hahn der morgen graute da sah die alte auf christines wange einen fast unsichtbaren fleck es sei nichts sagte die das werde schon vergehen und ging weiter und christine wollte sich trösten es sei nichts und werde bald vergehen aber die pein nahm nicht ab und unmerklich wuchs der kleine punkt und alle sahen ihn und frugen sie was es da schwarzes gebe in ihrem gesicht sie dachten nichts besonderes aber die reden fuhren ihr wie stiche ins herz weckten die schweren gedanken wieder auf und immer und immer mußte sie denken daß auf den gleichen fleck der grüne sie geküsst und daß die gleiche glut die damals wie ein blitz durch ihr gebein gefahren jetzt bleibend in demselben brenne und zehre so wich der schlaf von ihr das essen schmeckte ihr wie feuerbrand unstet lief sie hierhin dorthin suchte trost und fand keinen denn der schmerz wuchs immer noch und der schwarze punkt ward größer und schwärzer einzelne dunkle streifen liefen von ihm aus und nach dem munde hin schien sich auf dem runden fleck ein höcker zu pflanzen so litt und lief christine manchen langen tag und manche lange nacht und hatte keinem menschen die angst ihres herzens geoffenbart und was sie vom grünen auf diese stelle erhalten aber wenn sie gewußt hätte auf welche weise sie dieser pein loswerden könnte sie hätte alles im himmel und auf erden geopfert sie war von natur ein vermessen weib aber jetzt erwildet in wütendem schmerze da geschah es daß wiederum ein weib ein kinder wartete diesmal war die angst nicht groß die leute wohlgemut sobald sie zu rechter zeit für den priester sorgten meinten sie des grünen spotten zu können nur christine war es nicht so je näher der tag der geburt kam desto schrecklicher ward der brand auf ihrer wange desto mächtiger dehnte der schwarze punkt sich aus deutliche beine streckte er von sich aus kurze haare trieb er empor glänzende punkte und streifen erschienen auf seinem rücken und zum kopfe ward der höcker und glänzend und giftig blitzte es aus demselben wie aus zwei augen hervor laut auf schrien alle wenn sie die giftige kreuzspinne sahen auf christines gesicht und voll angst und grauen flohen sie wenn sie sahen wie sie fest saß im gesichte und aus demselben herausgewachsen allerlei redeten die leute der eine riet dies der andere ein anderes aber alle mochten christine gönnen was es auch sein mochte und alle wichen ihr aus und flohen sie wo es nur möglich war je mehr die leute flohen desto mehr trieb es christine ihnen nach sie fuhr von haus zu haus sie fühlte wohl der teufel mahne sie an das verheißene kind und um das opfer den leuten einzureden mit unumwundenen worten fuhr sie ihnen nach in höllenangst aber das kümmerte die andern wenig was christine peinigte tat ihnen nicht weh was sie liet hatte nach ihrer meinung sie selbst verschuldet und wenn sie ihr nicht mehr entrinnen konnten so sagten sie zu ihr da siehe du zu keiner hat ein kind verheißen darum gibt auch keiner eins mit wütender rede setzte sie dem eigenen manne zu dieser floh sie wie die andern und wenn er nicht mehr fliehen konnte schon sprach er christine kaltblütig zu das werde schon bessern das sei ein mahlzeichen wie gar viele menschen deren hätten wenn es einmal ausgewachsen sei so höre der schmerz auf und leicht sei es dann abzubinden unterdessen aber hörte der schmerz nicht auf jedes bein war ein höllenbrand der spinneleib die hölle selbst und als des weibes erwartete stunde kam da war es christine als umwalle sie ein feuermeer als wilden feurige messer in ihrem mark als führen feurige wirbelwinde durch ihr gehirn die spinne aber schwoll an bäumte sich auf und zwischen den kurzen borsten hervorquollen giftig ihre augen als christine in ihrer glühenden pein nirgends teilnahme die kreisende wohlbewacht fand da stürzte sie einer wirbelsinnigen gleich den weg entlang den der priester kommen mußte raschen schrittes kam derselbe der halde entlang begleitet vom handfesten sigrist die heiße sonne und der steile weg hemmten die schritte nicht denn es galt eine seele zu retten ein unendlich unglück zu wenden und von entferntem krankenkommen bangte dem priester vor schrecklicher säumnis verzweifelnd warf christine sich ihm in den weg umfaßte seine knie bat um lösung aus ihrer hölle um das opfer des kindes das noch kein leben kenne und die spinne schwoll noch höher auf funkelte schrecklich schwarz in christines rot angelaufenem gesicht und mit gräßlichen blicken glotzte sie nach des priesters heiligen geräten und zeichen dieser aber schob christine rasch zur seite und schlug das heilige zeichen er sah da den feind wohl aber er ließ den kampf um seine um eine seele zu retten christine aber fuhr auf stürmte ihm nach und versuchte das äußerste doch des sigristen starke hand hielt das wütende weib vom priester ab und zur zeit noch konnte er das haus schützen in geweihte hände das kind empfangen und die hände dessen legen den die hölle nie überwältigt draußen hatte unterdessen christine einen schrecklichen kampf gekämpft sie wollte das kind ungetauft in ihre hände wollte hinein ins haus aber starke männer wehrten es windstöße stießen an das haus der fahle blitz umzüngelte es aber die hand des herrn war über ihm es wurde das kind getauft und christine umkreiste vergeblich und machtlos das haus von immer wilderer höllenqual ergriffen stieß sie töne aus die nicht töne glichen aus einer menschenbrust das vieh schlotterte in den ställen und riß von den stricken die eichen im wald rauschten auf sich entsetzend im hause begann der jubel über den neuen sieg des grünen ohnmacht seiner helfershelferin vergeblich ringen draußen aber lag christine von entsetzlicher pein zu boden geworfen und in ihrem gesichte begannen wehen zu kreißen wie sie noch keine wöchnerin erfahren auf erden und die spinne im gesicht schwoll immer höher auf brannte immer glühender durch ihr gebein da war es christine als ob plötzlich das gesicht ihr platze als ob glühende kohlen geboren würden in demselben lebendig würden und ihr kramselten über das gesicht weg über alle glieder weg als ob alles an ihm lebendig würde und glühend kramsel über den ganzen leib weg da sah sie in des blitzes fahlem schein langbeinig giftig unzählbar schwarze spinnchen laufen über ihre glieder hinaus in die nacht und den entschwundenen liefen langbeinig giftig unzählbar andere nach endlich sah sie keine mehr den frühern folgen der brand im gesichte legte sich die spinne ließ sich nieder war zum fast unsichtbaren punkte wieder schaute mit erlöschenden augen ihrer höllenbrut nach die sie geboren hatte und ausgesandt zum zeichen wie der grüne mit sich spassen lasse matt einer wöchnerin gleich schlich christine nach hause wenn schon die glut so heiß nicht mehr brannte auf dem gesicht die glut im herzen hatte nicht abgenommen wenn schon die matten glieder sich nach ruhe sehnten der grüne ließ ja keine ruhe mehr wen er einmal hat dem macht er es so drinnen im hause aber da jubelten sie und freuten sich und hörten lange nicht wie das vieh brüllte und tobte im stalle endlich fuhren sie doch auf man ging nachzusehen schreckensblaß kamen die wieder die gegangen waren und brachten die kunde die schönste kuh liege tot die übrigen tobten und wüteten wie sie es nie gesehen da sei es nicht richtig etwas absonderliches wallte da da verstummte der jubel alles lief nach dem vieh dessen gebrüll er scholl über berg und tal aber keiner hatte rat gegen den zauber versuchte man weltliche und geistliche künste aber alles umsonst ehe noch der tag graute hatte der tod das sämtliche vieh im stall gestreckt wie es aber hier stumm wurde so begann es hier zu brüllen und dort zu brüllen die da waren hörten wie in ihre stelle die not gebrochen wehlich das vieh seine meister zu hülfe rief in seiner grausen angst als ob die flamme aus ihrem dach schlüge eilten sie heim aber hülfe brachten sie keine hier wie dort streckte der tod das vieh wehgeschrei von menschen und tieren erfüllten berge und täler und die sonne welche das tal so fröhlich verlassen sah ihn entsetzlich im jammer hinein als die sonne schien sahen endlich die menschen wie es in den ställen in denen das vieh gefallen war wimmle von zahllosen schwarzen spinnen diese krochen über das vieh das futter und was sie berührten war vergiftet und was lebendig war begann zu toben ward bald vom tode gestreckt von diesen spinnen konnte man keinen stall in dem sie waren säubern es war als wüchsen sie aus dem boden herauf konnte keinen stall in dem sie noch nie waren vor ihnen behüten unversehens krochen sie aus allen wänden vielen haufenweise von der diele man trieb das vieh auf die weinen auf die weiden man trieb es nur dem tod in den rachen denn wie eine kuh auf eine weide den fuß setzte so begann es lebendig zu werden am boden schwarze langbeinige spinnen sprossen auf schreckliche alten blumen krochen auf am vieh und ein fürchterlich wehlich geschreierscholl von den bergen niederzutale und alle diese spinnen sahen der spinne auf christines gesicht ähnlich wie kinder der mutter und eine solche hatte man noch keine gesehen das geschrei der armen tiere war auch zum schlosse gedrungen und bald kamen ihm auch hirten nach verkündend daß ihr vieh gefallen sei von den giftigen tieren und in immer größerem zorne vernahm der von stoffeln wie herde um herde verloren gegangen vernahm welchen pacht man mit dem grünen gehabt wie man ihn zum zweiten mal betrogen und wie die spinnen ähnlich seien wie kinder der mutter der spinne in der lindauern gesicht die mit dem grünen den bund gemacht alleine und nie rechten bericht darüber gegeben da ritt der von stoffeln in grimmigem zorn den berg hinauf und donnerte die armen an daß er nicht um ihretwillen herde und herde verlieren wolle was er geschädigt worden müßten sie ersetzen und was sie versprochen das müßten sie halten was sie freiwillig getan das müßten sie tragen schaden leiden ihretwegen wolle er nicht oder leide er so müßten sie ihm büßen tausendfältig sie könnten sich vorsehen so redete er zu ihnen unbekümmert um das was er ihnen zumutete und daß er sie dazu getrieben fiel ihm nicht bei nur was sie getan rechnete er ihnen zu den meisten schon war es aufgedämmert daß die spinnen eine plage des bösen seien eine mahnung den pacht zu halten und daß christine näheres darum wissen müßte ihnen nicht alles gesagt hätte was sie mit dem grünen verhandelt nun zitterten sie wieder vor dem grünen lachten seiner nicht mehr zitterten vor ihrem weltlichen herrn wenn sie diese befriedigten was sagte der geistliche herr dazu erlaubte er es und hätte dann der keine buße für sie so in der angst versammelten sich die angesehensten in einsamer scheuer und christine mußte kommen und klaren bescheid geben was sie eigentlich verhandelt christine kam verwildert rachedurstig aufs neue von der wachsenden spinne gefoltert als sie das zagen der männer sah und keine weiber da erzählte sie punktum was ihr begegnet wie der grüne sie schnell beim wort genommen und ihr zum pfand einen kuß gegeben den sie nicht mehr geachtet als andere wie jetzt auf selbigem fleck die spinne gewachsen sei unter höllenpein vom augenblick an als man das erste kind getauft wie die spinne eben als man das zweite kind getauft und den grünen genarrt unter höllen wehen die spinnen geboren in ungemessner zahl den narren lasse er sich nicht ungestraft wie sie es fühle in tausendfachen tonesschmerzen jetzt wachse die spinne wieder die pein mehre sich und wenn das nächste kind nicht des grünen werde so wisse niemand wie grässlich die einbrechende plage sei wie grässlich des ritters rache so erzählte christine und die herzen der männer bebten und lange wollte keiner reden nach und nach kam aus den angstgepressten kehlen abgebrochene laute hervor und wenn man sie zusammensetzte so meinten sie gerade was christine meinte aber kein einzelner hatte seine einwilligung gegeben in ihren rat nur einer stund auf und redete kurz und deutlich das beste schiene ihm christine totzuschlagen sei die einmal tot so könnte der grüne an der toten sich halten hätte keine handhabe mehr an den lebendigen da lachte christine wild auf trat ihm unter das gesicht und sagte er solle zuschlagen ihr sei es recht aber der grüne wolle nicht sie sondern ein ungetauft kind und wie er sie gezeichnet ebensogut könne er die hand zeichnen die sie an ihr sich vergreife da zuckte es in des mannes hand der allein geredet er setzte sich und hörte schweigend dem rate der andern und abgebrochen wo keiner alles sagte sondern jeder nur etwas das wenig bedeuten sollte kam man überein das nächste kind zu opfern aber keiner wollte seine hand bieten dazu niemand das kind an den kilchstalten tragen wo man die buchen hingelegt hatte zum allgemeinen besten wie sie meinten den teufel zu brauchen hatte sich keiner gescheut aber persönliche bekanntschaft mit ihm zu machen begehrte keiner da bot sich christine willig dazu denn hatte man einmal mit dem teufel zu tun gehabt so konnte es das zweite mal wenig mehr schaden man wußte wohl wer das nächste kind gebären sollte aber man redete nicht davon und der vater desselben war nicht so gegen verständigt mit und ohne worte ging man auseinander das junge weib welches in jener grauenvollen nacht wo christine bericht vom grünen brachte gezaget und geweinet hatte es wußte damals nicht warum erwartete nun das nächste kind die frühern vorgänge machten es nicht getrost und zuversichtlich eine unnennbare angst lag auf seinem herzen es konnte sie weder mit beten noch beichten wegbringen ein verdächtiges schien ihn zu umringen niemand sprach von der spinne mehr verdächtig schienen ihm alle augen die auf ihm ruhten schienen ihm zu berechnen die stunde in welcher sie seines kindes habhaft werden den teufel versöhnen könnten so einsam und verlassen fühlte es sich gegen die unheimliche macht um sich keinen beistand hatte es als seine schwiegermutter eine fromme frau die zu ihm stand aber was vermag eine alte frau gegen eine wilde menge es hatte seinen mann der alles gute wohl versprochen aber wie jammerte der um sein vieh und gedachte so wenig des armen weibes angst es hatte der priester verheißen zu kommen so schnell und so früh zu kommen als man ihn verlange aber was konnte begegnen vom augenblick an da man gesandt bis das er kam und das arme weib hatte keinen zuverlässigen boten als den eigenen mann der ihm schutz und wache sein sollte und das arme weibchen wohnte dazu noch mit christine in einem hause und ihre männer waren brüder und keine eigenen verwandten hatte es als weise war es ins hause gekommen man kann sich des armen weibes herzensangst denken nur im beten mit der frommen mutter fand es einiges vertrauen das war sobald wie der schwanz sobald es in die bösen augen sah unterdessen war die krankheit noch immer da sie unterhielt den schrecken freilich nur hie und da fiel ein stück zeigten die spinnen sich aber sobald bei jemand der schreck nachließ sobald irgendeiner dachte oder sagte das übel lasse von selbst denn nach man solle sich wohl bedenken ehe man an einem kinde sich versündige so flammte auf christines höllenpein die spinne blähte sich hoch auf und dem der so gedacht oder geredet kehrte mit neuer wut der tod in seine herde ein ja je näher die erwartete stunde kam um so mehr schien die not wieder zuzunehmen und sie erkannten daß sie bestimmte abrede treffen müßten wie sie des kindes sicher und sonderfehl sich bemächtigen könnten den mann fürchteten sie am meisten und gewalt gegen ihn zu brauchen war ihnen zuwider da übernahm christine ihn zu gewinnen und sie gewann ihn er wollte um die sache nicht wissen wollte seinem weibe zu willen sein den priester holen aber nicht eilen und was in seiner abwesenheit vorginge danach wolle er nicht fragen so fand er sich mit seinem gewissen ab mit gott wollte er sich durch messen abfinden und für das armen kindesseele sei vielleicht auch noch etwas zu tun dachte er vielleicht gewinne der fromme priester es dem teufel wieder ab dann seien sie aus dem handel hätten das ihrige getan und den bösen doch geprellt so dachte der mann und jedenfalls es möge nun gelten wie es wolle so hätte er an der ganzen sache keine schuld sobald er nicht mit selbst eigenen händen dabei tätig sei so war das arme weibchen verkauft und wußte es nicht hoffte mit bangen nach rettung und beschlossen im rate der menschen war der stoß in sein herz aber was der droben beschlossen hatte das deckten noch die wolken die vor der zukunft liegen es war ein gewitterhaftes jahr und die ernte gekommen alle kräfte wurden angespannt um in den heiteren stunden das korn unter das sichere dach zu bringen es war ein heißer nachmittag gekommen schwarze häupter streckten die wolken über die dunklen berge empor ängstlich ums dach flatterten die schwalben und dem armen weibchen ward so eng und bang allein im hause denn selbst die großmutter war draußen auf dem acker zu helfen mit dem willen mehr als mit der tat da zuckte zweischneidender schmerz ihm durch mark und bein es dunkelte vor seinen augen es fühlte das nahen seiner stunde und war allein die angst trieb es aus dem hause schwerfällig schritt es dem acker zu aber bald mußte es sich niedersetzen es wollte in die ferne die stimme schicken aber diese wollte nicht aus der beklemmten brust bei ihm war ein kleinbübchen das erst seine beinchen brauchen lernte das noch nie auf eigenen beinen auf dem acker gewesen war sondern nur auf der mutterarm dieses bübchen mußte das arme weib als seinen boten brauchen wußte nicht ob es den acker finden ob seine beinchen dahin ihn tragen würden aber das treue bübchen sah in welcher angst die mutter war und lief und fiel und stand wieder auf und die katze jagte sein kaninchen taube und hühner liefen ihm um die füße stoßend und spielend sprang sein lamm ihm nach aber das bübchen sah alles nicht ließ sich nicht säumen und richtete treulich seine botschaft aus atemlos erschien die großmutter aber der mann säumte nur das fuder solle er noch ausladen hieß es eine ewigkeit verstrich endlich kam er und wiederum verstrich eine ewigkeit endlich ging er langsam auf den langen weg und in todesangst fühlte das arme weib wie seine stunde schneller und schneller nahte frohlockend hatte christine draußen auf dem acker allen zugesehen heiß brannte wohl die sonne zu der schweren arbeit aber die spinne brannte fast gar nichts mehr und leicht schien ihr der gang in den nächsten stunden sie trieb fröhlich die arbeit und eilte mit dem heimgehen nicht wußte sie doch wie langsam der bote war erst als die letzte garbe geladen war und windstöße das nahende gewitter verkündeten eilte christine ihrer beute zu die ihr gesichert war so meinte sie und als sie heimging da winkte sie bedeutungsvoll manchem begegnenden sie nickten ihr zu trugen rasch die botschaft heim da schlotterte manches knie und manche seele wollte beten in unwillkürlicher angst aber sie konnte nicht drinnen im stübchen wimmerte das arme weib und zu ewigkeiten wurden die minuten und die großmutter vermochte den jammer nicht zu stillen mit beten und trösten sie hatte das stübchen wohl verschlossen und schweres geräte vor die türe gestellt solange sie alleine im haus waren waren noch dabei zu sein aber als sie christine heimkommen sahen als sie ihren schleichenden tritt an der türe hörten als sie draußen noch manch andern tritt hörten und heimliches flüstern kein priester sich zeigte kein anderer treuer mensch und näher und näher der sonst so ersehnte augenblick trat da kann man sich denken in welcher angst die armen weiber schwammen wie in siedendem öle ohne hülfe und ohne hoffnung sie hörten wie christine nicht von der türe wich es fühlte das arme weib seiner wilden schwägerin feurige augen durch die türe hindurch und sie brannten es durch leib und seele da wimmerte das erste lebenszeichen eines kindes durch die tür unterdrückt so schnell als möglich aber zu spät die türe flog auf von wütendem vorbereitetem stoße und wie auf einem raub der tiger stürzt stürzt christine auf die arme wöchnerin die alte frau die dem sturm sich entgegenwirft fällt nieder in heiliger mutterangst rafft die wöchnerin sich auf aber der schwache leib bricht zusammen in christines händen ist das kind ein gräßlicher schrei bricht aus dem herzen der mutter dann hüllt sie in schwarzen schatten die ohnmacht zagen und grauen ergriff die männer als christine mit dem geraubten kinde herauskam das ahnen einer grausen zukunft ging ihnen auf aber keiner hatte den mut die tat zu hemmen und die furcht vor des teufels plagen war stärker als die furcht vor gott nur christine sagte nicht glühend leuchtete ihr gesicht wie es dem sieger leuchtet nach überstandnem kampfe und es war ihr als ob die spinne in sanftem jucken irrlich kose die blitze die auf ihrem wege zum kilchstalten sie umzüngelten schienen ihr fröhliche lichter der donner ein zärtlich grollen ein lieblich säuselnd der rache schnaubende sturm hans des armen weibes mann hatte sein versprechen nur zu gut gehalten langsam war er seines weges gegangen hatte bedächtig jeden acker beschaut jedem vogel nachgesehen den fischen im bache abgewartet wie sie sprangen und mücken fingen vor dem einbrechenden gewitter dann juckte er vorwärts rasche schritte tat er einen ansatz zum springen nahm er es war etwas in ihm das ihn trieb das ihm die haare auf dem kopfe emportrieb es war das gewissen das ihm sagte was ein vater verdiene der weib und kind verrate es war die liebe die er doch noch hatte zu seinem weibe und zu seiner leibesfrucht aber dann hielt ihn wieder ein anderes und das war stärker als das erste es war die furcht vor den menschen die furcht vor dem teufel und die liebe zu dem was dieser ihm nehmen konnte dann ging er wieder langsamer langsam wie ein mensch der seinen letzten gang tut der zu seiner richtstätte geht vielleicht war es auch so weiß doch gar mancher mensch nicht dass er den letzten gang tut wenn er es wüsste er täte ihn nicht oder anders so war es spät geworden ehe er auf sumiswald kam schwarze wolken jagten über den müneberg her schwere tropfen fielen versenkten im staube und dumpf begann das glöcklein im turm die menschen zu mahnen dass sie denken möchten an gott und ihn bitten dass er sein gewitter nicht zum gerichte werden lasse über sie vor seinem hause stand der priester zu jeglichem gange gerüstet damit er bereit sei wenn sein herr der über seinem haupte daherfuhr zu einem sterbenden oder einem brennenden haus oder sonst wohin ihn rufe als er hans kommen sah erkannte er den ruf zum schweren gang schürzte sein gewand und sandte botschaft seinem läuten den sigrist daß er sich ablösen lasse am glockenstrang und sich einfänge zu seinem begleit unterdessen stellte er hans einen labetrunk vor so wohltätig nach raschem laufen schwüler luft dessen hans nicht bedürftig war aber der priester ahnte die tücke des menschen nicht bedächtig labte sich hans zögernd fand er sich christ sich ein und nahm gerne teil an dem tranke den hans ihm bot gerüstet stand vor ihnen der priester verschmähen jeden trank den er zu solchem gang und kampf nicht bedurfte er hieß ungerne von der kanne weggehend ihr aufgestellt ungerne verletzte er die rechte des gastes aber da kannte ein recht das höher war als das gastrecht das säumige trinken fuhr ihm zornig durch die glieder er sei fertig sagte er endlich ein bekümmert weib harre und über ihm seine grauenvolle untat und zwischen das weib und die untat müßte er stehen mit heiligen waffen darum sollten sie nicht säumen sondern kommen droben werde wohl noch etwas sein für den der den durst hier unten nicht gelöscht da sprach hans des harrenden weibes mann es eile nicht so sehr bei seinem weibe gehe jede sache schwer und alsbald flammte ein blitz in die stube daß alle geblendet waren und ein donner brach los überm hause daß jeder posten am hause jedes glied im hause bebte da sprach der sigrist als er seinen segensspruch vollendet hört wie es macht draußen und der himmel hat selbst bestätigt was hans gesagt daß wir warten sollen und was nütze es wenn wir gingen lebendig kämen wir doch nimmer hinauf und er hat ja selbst gesagt daß es bei seinem weibe nicht solche eile habe und allerdings stürmte ein gewitterter heer wie man in menschengedenken nicht oft erlebt aus allen schlünden und gründen stürmte es heran stürmte von allen seiten von allen winden getrieben über sumiswald zusammen und jede wolke war zum kriegesheer und eine wolke stürmte an die andere eine wolke wollte der andern leben und eine wolkenschlacht begann und das gewitter stund und blitz auf blitz ward entbunden und blitz auf blitz schlug zur erde nieder als ob sie sich einen durchgang bahnen wollten durch der erdemitte und auf der erde andere seite ohne unterlaß brüllte der donner zornesvoll heulte der sturm geborsten war der wolkenschoß fluten stürzten nieder als so plötzlich und gewaltig die wolkenschlacht losbrach da hatte der priester dem sigristen nicht geantwortet aber sich nicht niedergesetzt und ein immer steigendes bangen ergriff ihn ein drang kam ihn an sich hinauszustürzen in der elemente toben aber seiner gefährten wegen zauderte er da ward ihm als höre er durch des donners schreckliche stimme eines weibes markdurchschneidenden wehruf da ward ihm plötzlich der donner zu gottes schrecklichem scheltwort seiner säumnis er machte sich auf was auch die beiden andern sagen mochten er schritt gefaßt auf alles hinaus in die feurigen wetter in des sturmes wut der wolkenfluten langsam unwillig kamen die beiden ihm nach es sauste und brauste und tosete als sollten diese töne zusammenschmelzen zur letzten posaune die der weltenuntergang verkündet und feurige garben fielen über das dorf als sollte jede hütte aufflammen aber der diener dessen der dem donner seine stimme gibt und den blitz zu seinem knecht hat hat sich vor diesem mitknecht des gleichen herrn nicht zu fürchten und wer auf gottes wegen geht kann getrost gottes wettern das seine überlassen darum schritt der priester unerschrocken durch die wetter dem kilchstalden zu die geweihten heiligen waffen trug er bei sich und bei gott war sein herz aber nicht in gleichem mute folgten ihm die andern denn nicht am gleichen orte war ihr herz sie wollten nicht den kilchstalden ab nicht in solchem wetter nicht in später nacht und hans hatte noch einen besonderen grund warum er nicht wollte sie baten den priester umzukehren auf andern wegen zu gehen hans wußte nähere der sigrist bessere beide warnten vor den wassern im tale der aufgeschwollenen grüne aber der priester hörte nicht achtete ihre rede nicht von einem wunderbaren range getrieben eilte er auf den flügeln des gebetes dem kilchstalden zu sein fuß stieß an keinen stein sein auge war durch keinen blitz geblendet bebend und weit hinter ihm gedeckt wie sie meinten durch das heiligste das der priester selbst trug folgten hans und der sigrist ihm nach als sie aber hinauskamen vor das dorf wo ins tal hinunter der stalden sich senkt da steht der priester plötzlich still und schirmt mit der hand die augen unterhalb der kapelle schimmert in des blitzes schein eine rote feder und des priesters scharfes auge sieht aus grünem hage hervorragend ein schwarzes haupt und auf diesem schwankt die rote feder und wie er noch länger schaut sieht er am jenseitigen abhange in schnellem lauf wie gejagt von des windes wildestem stoß daherfliegen eine wilde gestalt dem dunklen haupte zu auf dem einer fahne gleich die rote feder schwankte da loderte im priester auf der heilige kampfesdrang der sobald sie den bösen ahnen über die kömmt die gottgeweihten herzens sind wie der trieb über das samenkorn kömmt wenn das leben in ihn dringt wie er in die blume dringt wenn sie sich entfalten soll wie er über den helden kommt wenn sein feind das schwert erhebt und wie der lechzende in des stromes kühle flut wie der held zur schlacht stürzte der priester den stallen nieder stürzte zum kühnsten kampf drang zwischen den grünen und christine die eben das kindlein in des andern arme legen wollte mitten hinein schmetterte zwischen sie die drei höchsten heiligen namen hält das heiligste dem grünen ans gesicht sprengt heiliges wasser über das kind und trifft christine zugleich da fährt mit fürchterlichem wege heul der grüne von dannen wie ein glutroter streifen zuckt er dahin bis die erde ihn verschlingt von geweihtem wasser berührt schrumpft mit entsetzlichem zischen christine zusammen wie wolle im feuer wie kalch im wasser schrumpft zischend flammensprühend zusammen bis auf die schwarze hoch aufgeschwollene grauenvolle spinne in ihrem gesicht schrumpft mit dieser zusammen zischt in diese hinein und diese sitzt nun giftstrotzend trotzig mitten auf dem kind und sprüht aus ihren augen zornige blitze dem priester entgegen dieser sprengt ihr weihwasser entgegen es zischt wie auf heißem steine gewöhnliches wasser immer größer wird die spinne streckt immer weiter ihre schwarzen beine aus über das kind glotzt immer giftiger den priester an da faßt dieser in feurigem glaubensmut nach ihr mit kühner hand es ist als wenn er griffe in glühende stacheln hinein aber unerschüttert greift er fest schleudert das ungeziefer weg faßt das kind und eilt mit ihm sonderweile der mutter zu und wie sein kampf zu ende war stellte sich auch der kampf der wolken sie eilten wieder in ihre dunklen kammern bald flimmerte in stillem sterbenlicht das tal in dem kurz zuvor die wildeste schlacht getobet und fast atemlos ereilte der priester das haus in welchem an mutter und kind die freveltat begangen worden dort war die mutter noch ohnmächtig mit dem gellenden schrei hatte sie ihr leben fortgesendet neben ihr saß betend die alte sie traute noch auf gott das er mächtiger als der teufel böse mit dem kinde brachte der priester der mutter auch das leben zurück als sie erwachend das kindlein wieder sah durchfloß sie eine wonne wie nur die engel im himmel sie kennen und auf der mutter armen taufte der priester das kind im namen gottes des vaters des sohnes und des heiligen geistes und jetzt war es entrissen des teufels gewalt auf immer bis es sich ihm freiwillig übergeben wollte aber vor dem hütete es gott in dessen gewalt jetzt seine seele übergeben worden während der leib von der spinne vergiftet blieb bald schied seine seele wieder und wie mit brandflecken war das leibchen gezeichnet die arme mutter weinte wohl aber wo jeder teil wieder dahin gehet wo er hingehört zu gott die seele zur erde der leib da findet sich der trost ein früher dem später jenem sobald der priester sein heiligamt verrichtet hatte begann er ein seltsam jucken zu fühlen in hand und arm womit er die spinne weggeschleudert kleine schwarze flecken sah er auf der hand sichtbarlich wurden sie größer und schwollen auf todesschauern rieselten ihm durchs herz er segnete die weiber und eilte heim die heiligen waffen wollte er als getreuer streiter wieder dahin bringen wo sie hingehörten damit sie einem andern nach ihm zur hand seien hoch auf schwoll der arm schwarze beulen quollen immer höher auf er kämpfte mit des todes mattigkeit aber er lag ihr nicht als er an den kilchstalten kam da sah er den hans den gottvergessenen vater von dem man nicht wußte wo er geblieben mitten im wege auf dem rücken liegen hochgeschwollen und brandschwarz war sein gesicht und mitten auf demselben saß groß und schwarz und grausig die spinne als der pfarrer kam blähte sie sich auf giftig bäumten sich die haare auf ihrem rücken giftig und sprühend glotzten ihre augen ihn an sie tat wie die katze wenn sie sich rüstet zu einem sprung in ihres todfeindes gesicht da begann der priester einen guten spruch und hob die heiligen waffen und die spinne schrach zusammen kroch langbeinig vom schwarzen gesicht verlor sich in zischendem grase darauf ging der pfarrer vollends heim stellte das allerheiligste an seinen ort und während wilde schmerzen den leib zum tode rissen harrte in süßem frieden seine seele ihres gottes für den sie recht gestritten in kühnem gottes kampfe und lange ließ gott sie nicht harren aber solch süßer friede der still des herren hart war hinten im tale war oben auf den bergen nicht von dem augenblick an als christine mit dem geraubten kind den berg hinuntergefahren war dem teufel zu war heilloser schreck in alle herzen gefahren während dem fürchterlichen ungewitter bebten die menschen in den schrecken des todes denn ihre herzen wußten wohl wenn gottes hand vernichtend über sie komme so sei es mehr als wohlverdient als das gewitter vorüber war lief die kunde von haus zu haus wie der pfarrer das kindlein zurückgebracht und getauft aber kein hans keine christine gesehen worden der grauende morgen fand lauter bleiche gesichter und die schöne sonne fährte sie nicht denn alle wußten wohl daß nun erst das schrecklichste kommen werde da hörte man daß mit schwarzen beulen der pfarrer gestorben man fand hans mit schrecklichem gesichte und von der grässlichen spinne in die christine verwandelt worden hörte man seltsam verwirrte worte es war ein schöner erntetag aber keine hand rührte sich zur arbeit die leute liefen zusammen wie man es pflegt am tag nach dem tage an welchem ein großes unglück begegnet ist sie fühlten erst jetzt in ihren bebenden seelen so recht was es heiße von irdischer not und plage mit einer unsterblichen seele sich loskaufen zu wollen fühlten dass ein gott im himmel sei der alles unrecht das armen kinder die sich nicht wehren können angetan wird fürchterlich räche so stunden sie bebend zusammen und jammerten und wer bei den andern war der durfte nicht mehr heim und doch war zank und streit unter ihnen und einer gab den andern schulde und jeder wollte abgemahnt und gewarnet haben und jeder hatte nichts darwieder daß strafe die schuldigen treffe sich und sein haus wollte aber jeder ohne strafe und wenn sie in diesem schrecklichen harren und streiten ein neu unschuldig opfer gewußt hätten es wäre keiner gewesen der nicht an demselben gefrevelt in der hoffnung sich selbst zu retten da schrie mitten im haufen einer entsetzlich auf es war ihm als sei er in einen glühenden dorn getreten als nagle man mit glühendem nagel den fuß an den boden als ströme feuer durch das mark seiner gebeine der haufe fuhr auseinander und alle augen sahen nach dem fuße gegen den die hand des schreienden fuhr auf dem fuße aber saß schwarz und groß die spinne und glotzte giftig und schadenfroh in die runde da starrte allen zuerst das blut in den adern der atem in der brust der blick im auge und ruhig und schadenfroh glotzte die spinne umher und der fuß ward schwarz und im leibe war's als kämpfe zischen und wüten feuer mit wasser die angst sprengte die fessel des schreckens der haufe stob auseinander aber in wunderbarer schnelle hatte die spinne ihren ersten sitz verlassen und kroch diesem über den fuß und jenem an die ferse und glut fuhr durch ihren leib und ihr gräßlich geschrei jagte die fliehenden noch heftiger in windeseile in todesschrecken wie das gespenstige wild vor der wilden jagd stoben sie ihren hütten zu und jeder meinte hinter sich die spinne verrammelte die tür und hörte doch nicht auf zu beben in unsäglicher angst und einen tag war die spinne verschwunden kein neues todesgeschrei hörte man die leute mussten die verrammelten häuser verlassen mussten speise suchen fürs vieh und sich sie taten es mit todesangst denn wo war jetzt die spinne und konnte sie nicht hier sein und unversehens auf den fuß sich setzen und wer am vorsichtigsten niedertrat und mit den augen am schärfsten spähte da sah die spinne plötzlich sitzend auf hand oder fuß sie lief ihm übers gesicht saß schwarz und groß ihm auf der nase und glotzte ihm in die augen feurige stacheln wühlten sich in sein gebein der brand der hölle schlug über ihm zusammen bis der tod ihn streckte so war die spinne bald nirgends bald hier bald dort bald im tale unten bald auf den bergen oben sie zischte durchs gras sie fiel von der decke sie tauchte aus dem boden auf an hellem mittag wenn die leute um ihr habermus saßen erschien sie glotzend unten am tisch und ehe die menschen den schrecken gesprennt war sie allen über die hände gelaufen saß oben am tisch auf des hausvaters haupte und glotzte über den tisch die schwarz werdenden hände weg sie fiel des nachts den leuten ins gesicht begegnete ihnen im walde suchte sie heim im stalle die menschen konnten sie nicht meiden sie waren nirgends und allenthalben konnten im wachen vor sich ihr nicht schützen waren schlafend vor ihr nicht sicher wenn sie sich am sichersten wähnten unter freiem himmel auf eines baumes gipfel so kroch feuer ihnen den rücken auf der spinnefeurige füße fühlten sie im nacken sie glotzte ihnen über die achsel das kind in der wiege den greis auf dem sterbebette schonte sie nicht es war ein sterbet wie man noch von keinem wußte und das sterben daran war schrecklicher als man es je erfahren und schrecklicher noch als das sterben war die namenlose angst vor der spinne die allenthalben war und nirgends die wenn man sich am sichersten wähnte einem tod bringend plötzlich in die augen glotzte jeremias gotthelf die schwarze spinne vierter teil die kunde von diesem schrecken war natürlich alsobald ins schloß gedrungen und hatte auch dorthin schreck und streit gebracht soweit es bei den regeln des ordens stattfinden konnte dem von stoffeln machte es bange dass auch sie ebenso heimgesucht werden möchten wie früher ihr vieh und der verstorbene priester hätte manches geäußert welches ihm jetzt die seele aufrührte er hatte ihm manchmal gesagt dass alles leid welches er den bauern antue auf ihn zurückfahre aber er hatte es nie geglaubt weil er meinte gott würde einen unterschied zu machen wissen zwischen einem ritter und einem bauer hätte er sie doch sonst nicht so verschieden erschaffen aber jetzt ward ihm doch angstes gehen nach des priesters wort gab harte worte seinen rittern und meinte es käme jetzt schwere strafe ihrer leichtfertigen worte wegen die ritter aber wollten auch nicht schuld sein und einer schob es dem andern zu und wenn's auch keiner sagte so meinten doch alle das gehe eigentlich nur den von stoffeln an denn wenn man es recht nähme so sei der an allem schuld und neben diesem sahen sie einen jungen polenritter an der hatte eigentlich die meisten leichtfertigen worte über das schloß gesprochen und ihn von stoffeln am meisten gereizt zum neuen bau und vermessenen schatten gang der war noch sehr jung aber der wildeste von allen und wenn seine vermessene tat galt so war er voran er war wie ein heide und fürchtete weder gott noch teufel der merkte wohl was die andern meinten aber ihm nicht sagen durften merkte auch ihre heimliche angst darum höhnte er sie und sagte wenn sie vor einer spinne sich fürchteten was sie dann gegen drachen machen wollten dann wappnete er sich gut und ritt ins tal hinauf sich vermessend nicht zurückkehren zu wollen biß sein roß die spinne zertreten seine faust sie zerdrückt wilde hunde sprangen um ihn her der falke saß ihm auf der faust am sattel hing die lanze lustig bäumte sich das pferd halb schadenfroh halb ängstlich sah man ihn aus dem schlosse reiten und gedachte der nächtlichen wache auf berhegen wo die kraft der weltlichen waffen gegen diesen feind so schlecht sich bewährt hatte er ritt am saume eines tannenwaldes dem nächsten gehöfte zu scharfen auges spähend um und über sich als er das haus erblickte läute darum rief er den hunden machte das haupt des falken frei lose klirrte in der scheide der dolch wie der falke die geblendeten augen zum ritter kehrte seines winkes gewärtig prallte er ab der faust und schoß in die luft die herbeigesprungenen hunde heulten auf und suchten mit dem schweif zwischen den beinen das weite vergebens ritt und rief der ritter seine tiere sah er nicht wieder dann ritt er den menschen zu wollte kunde einziehen sie stunden ihm bis er nahe kam da schrien sie gräßlich auf und flohen in wald und schlucht denn auf des ritters helm saß schwarz in übernatürlicher größe die spinne und glotzte giftig und schadenfroh ins land was er suchte das trug der ritter und wußte es nicht in glühendem zorne rief und ritt er den menschen nach rief immer wütender ritt immer toller brüllte immer entsetzlicher bis er und sein roß über eine flue hinab zu tale stürzten dort fand man helm und leib durch den helm hindurch hatten die füße der spinne sich gebrannt dem ritter ins gehirn hinein den schrecklichsten brand ihm dort entzündet bis er den tod gefunden da kehrte der schreck erst recht ein ins schloß sie schlossen sich ein und fühlten sich doch nicht sicher sie suchten nach geistigen waffen fanden aber lange niemand der sie zu führen wußte und zu führen wagte endlich ließ sich ein ferner pfaffe locken mit geld und wort er kam und wollte ausziehen mit heiligem wasser und heiligen sprüchen gegen den bösen feind dazu aber stärkte er sich nicht mit gebet und fasten sondern er tafelte des morgens früh mit den rittern und zählte die becher nicht und lebte wohl an hirsch und bär dazwischen redete er viel von seinen geistigen heldentaten und die ritter von ihren weltlichen und die becher zählte man sich nicht nach und die spinne vergaß man da löschte auf einmal alles leben aus die hände hielten erstarrt becher oder gabel der mund blieb offen stier waren alle augen auf einen punkt gerichtet nur der von stoffeln trank den becher leer und erzählte an einer heldentat im heidenlande aber auf seinem kopfe saß groß die spinne und glotzte um den rittertisch aber der ritter füllte sie nicht da begann die glut zu strömen durch gehirn und blut gräßlich schrie er auf fuhr mit der hand nach dem kopfe aber die spinne war nicht mehr dort war in ihrer schrecklichen schnelle den rittern allen über die gesichter gelaufen keiner konnte es wehren einer nach dem andern schrie auf von glut verzehrt und von des pfaffen glatze niederglotzte sie in den gräuel hinein und mit dem becher der nicht aus seiner hand wollte wollte der pfaffe den brand löschen der loderte vom kopfe herab durch mark und bein aber der waffe trotzte die spinne und glotzte von ihrem throne herab in den gräuel bis der letzte ritter den letzten schrei ausgestoßen am letzten atemzuge geendet im schloß blieben nur wenige diener verschont die nie hohn mit den bauern getrieben sie erzählten wie schreckliches gegangen das gefühl das den rittern ihr recht geschehen tröstete aber die bauern nicht der schreck ward immer größer gräßlicher mancher suchte zu fliehen die einen wollten das tal verlassen aber gerade die fielen der spinne zu auf dem weg fand man ihre leichname andere flohen auf die hohen berge aber droben vor ihnen war die spinne und wenn sie sich gerettet glaubten saß ihnen die spinne im nacken oder im gesicht das untier ward immer boshafter immer teuflischer es überraschte nicht mehr unerwartet brannte nicht mehr unversehens den tod ein es saß vor dem menschen im grase hing über ihm am baume glotzte ihn giftig an dann floh der mensch soweit seine füße ihn trugen und stund er atemlos stille so saß die spinne vor ihm und glotzte giftig ihn an floh er abermal und mußte er abermal die schritte hemmen so saß sie wieder vor ihm und konnte er nicht mehr fliehen dann kroch sie langsam an ihn heran und gab ihm den tod da versuchte wohl mancher in der verzweiflung widerstand und ob die spinne nicht zu töten sei warf zentrige steine auf sie wenn sie vor ihnen im grase saß schlug mit keulen mit beilen nach ihr aber alles umsonst der schwerste stein erdrückte sie nicht das schärfste bei verletzte sie nicht unversehens saß sie dem menschen im gesicht unversehens kroch sie an ihn heran flucht widerstand alles war eitel da ging alles hoffen aus und verzweiflung füllte das tal saß auf den bergen ein einziges haus hatte das untier bis dahin verschont und war nie in demselben erschienen es war das haus in welchem christine gewohnt aus welchem sie das kindlein geraubt ihren eigenen mann hatte sie auf einsamer weise angefallen dort fand man seinen leichnam gräßlich zugerichtet wie keinen anderen seine züge zerrissen in unaussprechlichem schmerz an ihm hatte sie ihren gräßlichsten zorn ausgelassen das gräßlichste wiedersehen dem ehemanne bereitet aber wie es zuging hatte niemand gesehen zum hause war sie noch nicht gekommen als ob sie es bis zuletzt sparen wollte oder ob sie sich scheute davor das erriet man nicht aber nicht weniger als an andern orten war die angst eingekehrt das fromme weibchen war genesen und es zeigte nicht für sich aber fast sehr um sein treues bübchen und dessen schwesterchen und wachte über sie tag und nacht und die treue großmutter teilte seine sorgen und wachen und gemeinsam beteten sie zu gott dass er ihnen ihre augen offen halten möchte zur wache dass er sie erleuchten und stärken möchte zur rettung der unschuldigen kindlein oft war es ihnen wenn sie so wachten lange nächte durch als sähen sie die spinne glimmen und glänzen in dunkeln winkeln als glotze sie zum fenster herein dann ward ihre angst groß denn sie wußten keinen rat wie vor der spinne die kindlein schützen und um so brünstiger baten sie gott um seinen rat und beistand hatten allerlei waffen zur hand gelegt aber wie sie hörten daß der stein seine schwere das beil seine schärfe verliere sie wieder beiseite gelegt da kam es der mutter immer deutlicher vor immer lebendiger in den sinn wenn jemand es wagen würde die spinne mit der hand zu fassen so vermöchte man sie zu überwältigen sie hörte auch von leuten die als der stein nichts half mit der hand sie zu erdrücken versuchten allein vergeblich ein gräßlicher glutstrom der durch hand und arm zuckte tilgte jede kraft und brachte den tod ins herz es kam mir auch vor zu erdrücken vermöchte sie die spinne nicht aber sie erfassen dürfte sie wohl und so viel kraft würde ihr gott verleihen dieselbe irgendwo hin zu tun sie unschädlich zu machen sie hatte schon oft gehört wie kundige männer die geister eingesperrt hätten in ein loch in felsen oder holz welches sie mit einem nagel zugeschlagen und solange den nagel niemand ausziehe müsse der geist gebannet im loche sein gleiches zu versuchen drängte der geist sie immer mehr sie bohrte ein loch in das biestal das ihr am nächsten lag zur rechten hand wenn sie bei der wiege saß rüstete einen zapfen der scharf ins loch passte weihte ihn mit geheiligtem wasser legte einen hammer zurecht und betete nun tag und nacht zu gott um kraft zur tat aber manchmal war das fleisch stärker als der geist und schwerer schlaf drückte ihr die augen zu dann sah sie im traume die spinne glotzend auf ihres bübchens goldenen locken dann fuhr sie aus dem traum fuhr nach des bübchens locken dort war aber keine spinne ein lächeln saß auf seinem gesichtchen wie kindlein lächeln wenn sie ihren engel im traume sehen der mutter aber glitzerten in allen ecken der spinne giftige augen und auf lange wicht der schlaf von ihr so hatte sie auch einmal nach strengem wachen der schlaf überwältigt und dicht umnachtete er sie da war es ihr als stürze der fromme priester der in der rettung des kindleins gestorben herbei aus weiten räumen und rufe aus der ferne her weib wache auf der feind ist da dreimal rief er so und erst beim dritten mal rang sie sich los von des schlafes engen banden aber wie sie die schweren augenlider mühsam hob sah sie langsam giftgeschwollen die spinne schreiten übers bettlein hinauf dem gesichte ihres bübchens zu da dachte sie an gott und griff mit rascher hand die spinne da fuhren feuerströme von derselben aus der treuen mutter durch hand und arm bis ins herz hinein aber muttertreue und mutterliebe drückten die hand ihr zu und zum aushalten gab gott die kraft unter tausendfachen todesschmerzen drückte sie mit der einen hand die spinne ins bereitete loch mit der andern den zapfen davor und schlug mit dem hammer ihn fest drinnen sauste und brauste es wie wenn mit dem meere die wirbelwinde streiten das haus wankte in seinen grundfesten aber fest saß der zapfen gefangen blieb die spinne die treue mutter aber freute sich noch daß sie ihre kindlein gerettet dankte gott für seine gnade dann starb sie auch den gleichen tod wie alle aber ihre muttertreue löschte die schmerzen aus die engel geleiteten ihre seele zu gottes thron wo alle helden sind die ihr leben eingesetzt für andere die für gott und die ihren alles gewagt nun war der schwarze tod zu ende ruhe und leben kehrte ins tal zurück die schwarze spinne ward nicht mehr gesehen zur selben zeit denn sie saß in jenem loche gefangen wo sie jetzt noch sitzt was dort im schwarzen holz schrie die gotte und fuhr eines satzes vom boden auf als ob sie in einem ameisenhaufen gesessen wäre an jenem holz war sie gesessen in der stube und jetzt brannte ihr der rücken sie drehte sich sie schaute hinter sich fuhr mit der hand auf und ab und kam nicht aus der angst die schwarze spinne sitze ihr im nacken auch den andern waren die herzen zugeklemmt als der großvater schwieg es war ein großes schweigen über sie gekommen spott mochte niemand wagen der sache beistimmen auch nicht gerne es hörte jeder lieber auf das erste wort des andern um danach die eigene rede richten zu können so verfehlte man sich am wenigsten da kam die hebamme die schon mehrere male gerufen hatte ohne antwort zu bekommen hergelaufen ihr gesicht brannte hochrot es war als ob die spinne auf demselben herumgekrochen wäre sie begann zu schmälen daß niemand kommen wolle wie laut sie auch rufe das sei ja doch auch eine wunderliche sache wenn man gekocht habe sie wolle niemand zum tisch und wenn dann alles nicht mehr gut sei so solle sie schuld sein am allen sie wisse wohl wie es gehe so fettes fleisch wie drinnen stehe könne niemand mehr essen wenn es kalt geworden dazu sei es noch gar ungesund nun kamen die leute wohl aber gar langsam und keines wollte das erste bei der türe sein der großvater mußte der erste sein es war diesmal nicht so wohl die übliche sitte nicht den schein haben zu wollen als möge man nicht warten bis man zum essen komme es war das zögern das alle befällt wenn sie am eingang stehen eines schauerlichen ortes und doch war drinnen nichts schauerliches hell glänzten auf dem tische frisch gefüllt die schönen weinflaschen zwei glänzende schinken prangten gewaltige kalbs und schafbraten dampften frische züpfen lagen dazwischen teller mit dartern dorten teller mit dreierlei küchleni waren dazwischen gezwängt doch die kennchen mit dem süßen tee fehlten nicht so war's ein schönes schauen und doch achteten sich alle desselben wenig aber alle sahen sich um mit ängstlichen augen ob nicht die spinne aus irgendeiner ecke glitzere oder gar vom prangenden schinken herab sie anglotze mit ihren giftigen augen man sah sie nirgends und doch machte niemand die üblichen komplimente was man doch sinne noch soviel aufzustellen wer das doch essen wolle man habe bereits mehr als zuviel sondern alle drängten sich an die unteren ecken des tisches niemand wollte hinauf umsonst mahnte man die gäste nach oben und zeigte auf die leeren plätze sie stunden wie angenagelt vergebens schenkte der kindbettimann ein und rief sie sollen doch kommen und gesundheit machen es sei eingeschenkt da nahm derselbe die gotte beim arme und sagte sei du das witzigste und gib das exempel aber mit aller kraft und die war nicht klein sperrte sich die gotte und rief nicht um tausend pfund sitze ich mir da oben es kramselt mir den rücken auf und nieder als führe man mir mit den nesseln daran herum und sässe ich dort vor dem wiestal so fühlte ich die streckliche spinne sondern unterlaß im nacken daran bist du schuld großvater sagte die großmutter warum bringst du solche dinge aufs tapet so etwas trägt heutzutage nichts mehr ab und kann dem ganzen hause schaden und wenn einst die kinder aus der schule kommen und weinen und klagen die anderen kinder hielten ihnen vor ihre großmutter sei eine hexe gewesen und ins biestal gebannt so hast du es dann sei ruhig großmutter sagte der großvater man hat heutzutage alles bald wieder vergessen und behält nichts mehr lange im gedächtnis wie ehedem man hat die sache von mir haben wollen und es ist besser die leute vernehmen punkt um die wahrheit als dass sie selbst etwas ersinnen die wahrheit bringt unserem hause keine unehre aber kommt und sitzet seht vor den zapfen will ich selbst sitzen bin ich doch schon viel tausend tage da gesessen ohne furcht und ohne zagen und darum auch ohne gefährde nur wenn böse gedanken in mir aufstiegen die dem teufel zur handhabe werden konnten so war es mir als schnurre es hinter mir wie eine katze schnurret wenn man sich mit ihr anlässt ihr den balg streicht ihr behaglich wird und mir fuhr es den rücken auf seltsam und absonderlich sonst aber hält sie sich mäuschenstill da innen und solang man hier außen gott nicht vergißt muß sie warten da innen da faßten die gäste mut und setzten sich aber ganz nahe zum großvater rückte niemand jetzt endlich konnte der kindbettimann vorlegen legte ein mächtiges stück braten seiner nachbarin auf den teller diese schnitt ein stückchen ab und legte den rest auf des nachbars teller ihn mit dem daumen von der gabel streifend so ging das stück um bis einer sagte er denke er behalte es es sei noch mehr wo das gewesen sei ein neues stück begann die runde während der kindbettimann einschenkte und vorlegte und die gäste ihm sagten er hätte heute einen strengen tag ging die hebamme herum mit dem süßen tee stark gewürzt mit safran und zimmet bot allen an und fragte wer ihn liebe solle es nur sagen er sei für alle da und wer sagte er sei liebhaber dem schenkte sie tee in den wein und sagte sie liebe ihn auch man möge den wein viel besser ertragen er mache einem nicht kopfweh man aß und trank aber kaum war der lärm vorbei der allemal entsteht wenn man hinter neue gerichte geht so ward man wieder stille und ernst wurden die gesichter man merkte wohl alle gedanken waren bei der spinne scheu und verstohlen blickten die augen nach dem zapfen hinter des großvaters rücken und doch scheute jeder sich wieder davon anzufangen da schrie laut auf die gotte und wäre fast vom stuhle gefallen eine fliege war über den zapfen gelaufen sie hatte geglaubt der spinne schwarze beine gramselten zum loch heraus und zitterte vor schreck am leib kaum ward sie ausgelacht ihr schreck war willkommener anlaß von neuem von der spinne anzufangen denn wenn eine sache einmal unsere seele recht berührt hat so kommt dieselbe nicht so schnell davon los aber hör mal vetter sagte der ältere götti ist die spinne seither nie aus dem loche gekommen sondern immer darin geblieben seit soviel hundert jahren äh sagte die großmutter es wäre besser man schwiege von der ganzen sache man hätte ja den ganzen nachmittag davon geredet äh mutter sagte der vetter lass deinen alten reden er hat uns recht kurze zeit gemacht und vorhalten wird euch das ding niemand stammet ihr ja nicht von christine ab und du bringst unsere gedanken doch nicht von der sache ab und wenn wir nicht von ihr reden dürfen so reden wir auch von nichts anderem dann gibt's keine kurze zeit mehr nun großvater rede deine alte wird es uns nicht vergönnen he wenn ihr es zwingen wollet so zwinget es meinethalben aber gescheuter wäre es gewesen man hätte jetzt von etwas anderem angefangen und besonders jetzt auf die nacht hin sagte die großmutter da begann der großvater und alle gesichter spannten sich wieder was ich weiß ist nicht mehr viel aber was ich weiß will ich sagen es kann sich vielleicht in der heutigen zeit jemand ein exempel daran nehmen schaden würde es wahrhaftig vielen nichts als die leute die spinne eingesperrt wußten sie ihres lebens wieder sicher da soll es ihnen gewesen sein als seien sie im himmel und der liebe gott mit seiner seligkeit mitten unter ihnen und lange ging es gut sie hielten sich zu gott und flohen den teufel und auch die ritter die frisch eingezogen waren ins schloss hatten respekt vor gottes hand und hielten milde die menschen und halfen ihnen auf dieses haus aber betrachteten alle mit ehrfurcht fast wie eine kirche anfangs schauderte es sie freilich wenn sie es ansahen den kerker der schrecklichen spinne sahen und dachten wie leicht sie da losbrechen und das elend von vorn anfangen könnte mit des teufels gewalt aber sie sahen bald dass da gottes gewalt stärker sei als die des teufels und aus dank gegen die mutter die für sie alle gestorben halfen sie den kindern und bauten ihnen unentgeltlich den hof bis sie ihn selbst arbeiten konnten die ritter wollten ihnen bewilligen ein neues haus zu bauen damit sie vor der spinne sich nicht zu fürchten hätten oder diese durch zufall im bewohnten hause loskomme und viele nachbarn wollten ihnen helfen die der scheu vor dem untier von dem sie so schrecklich gezittert nicht loswerden konnten aber die alte großmutter wollte es nicht tun sie lehrte ihre enkel hier sei die spinne gebannt durch gott vater sohn und heiligen geist solange diese drei heiligen namen gelten in diesem hause solange in diesen drei heiligen namen an diesem tische gegessen und getrunken werde solange seien sie vor der spinne sicher und diese fest im loche und kein zufall mache etwas an der sache hier an diesem tische hinter ihnen die spinne werden sie nie vergessen wie nötig ihnen gott und wie mächtig er sei so mahne sie die spinne an gott und müsse dem teufel zum trotz ihnen zum heil werden ließen sie aber von gott und wäre es hundert stunden von da so könnte die spinne sie finden oder der teufel selbst das faßten die kinder blieben im hause wuchsen gotteswürdig auf und über dem hause war der segen gottes das bübchen welches so treu an der mutter gewesen so treu die mutter an ihm buchs auf zu einem stattlichen manne der lieb war gott und menschen und gnade bei den rittern fand darum ward er auch gesegnet mit zeitlichem gut und vergaß gott nie darob ward nie geizig damit half andern in ihren nöten wie er wünschte dass ihm geholfen werde in der letzten not und wo er zu schwach zu eigener hilfe war da ward er ein um so kräftigerer fürsprecher bei gott und den menschen er ward gesegnet mit einem weisen weibe und zwischen ihnen war ein unergründlicher friede darum blühten fromm ihre kinder auf und beide fanden spät einen sanften tod seine familie blühte fort in gottes furcht und recht tun ja über dem ganzen tale lag der segen gottes und glück war in feld und stall und friede unter den menschen die schreckliche leere war den menschen zu herzen gegangen sie hielten fest an gott was sie taten taten sie in seinem namen und wo einer dem andern helfen konnte da säumte er nicht vom schlosse her ward ihnen kein übel aber viel gutes immer weniger ritter wohnten dort denn immer härter ward der streit im heidenlande und immer nöter jede hand die fechten konnte die aber welche im schlosse waren mahnte täglich die große totenhalle in der die spinne an rittern wie an bauern ihre macht geübt dass gott mit gleicher kraft über jedem sei der von ihm abfalle sei er bauer oder ritter so schwanden viele jahre in glück und segen und das tal ward berühmt vor allen andern stattlich waren ihre häuser groß ihre vorräte manch geldstück ruhte im kasten ihr vieh war das schönste zu berg und tal und ihre töchter waren berühmt landauf landab und ihre söhne gerne gesehen überall und dieser ruhm welkte nicht über nacht wie dem jonas seine schatten staude sondern er dauerte von geschlecht zu geschlecht denn in der gleichen gottesfurcht und ehrbarkeit wie die väter lebten auch die söhne von geschlecht zu geschlecht aber wie gerade in den birnbaum der am flüssigsten genährt wird am stärksten treibt der wurm sich bohrt ihn umfrißt welken lässt und tötet so geschieht es das wo gottes segenstrom am reichsten über die menschen fließt der wurm in den segen kömmt die menschen bläht und blind macht daß sie ob dem segen gott vergessen ob dem reichtum den der ihn gegeben hat daß sie werden wie die israeliten die wenn gott ihnen geholfen ob goldenen kälbern ihn vergaßen so wurden nachdem viele geschlechter dahin gegangen hochmut und hoffart heimisch im tale fremde weiber brachten und mehrten beides die kleider wurden hoffärtiger kleinode sah man glänzen ja selbst an die heiligen zeichen wagte die hoffart sich und statt daß ihre herzen während dem beten inbrünstig bei gott gewesen wären hingen ihre augen hoffärtig an den goldenen kugeln ihres rosenkranzes so war dir gottesdienst pracht und hoffart ihre herzen aber hart gegen gott und menschen um gottes gebote bekümmerte man sich seines dienstes seiner diener spottete man denn wo viel hoffart ist oder viel geld da kömmt gerne der wahn dass man seine gelüsten für weisheit hält und diese weisheit höher als gottes weisheit wie sie früher von den rittern geplagt worden waren so wurden sie jetzt hart gegen das gesinde und plagten dieses und je weniger sie selbst arbeiteten umso mehr muteten sie diesem zu und je mehr sie arbeit von knechten und mägden forderten umso mehr behandelten sie dieselben wie unvernünftiges vieh und daß diese auch seelen hätten die zu wahren seien dachten sie nicht wo viel geld oder viel hoffart ist da fängt das bauen an einer schöner als der andere und wie früher die ritter bauten so bauten jetzt sie und wie früher die ritter sie plagten so schonten sie jetzt weder gesinde noch vieh wenn der bauteufel über sie kam dieser wandel war auch über dieses haus gekommen während der alte reichtum geblieben war fast zweihundert jahre waren verflossen seit die spinne im loche gefangen saß da war ein schlau und kräftig weib hier meister sie war keine lindauerin aber doch glich sie christine in vielen stücken sie war auch aus der fremde der hoffart dem hochmute ergeben hatte einen einzigen sohn der mann war unter ihrer meisterschaft gestorben dieser sohn war ein schöner bube hatte ein gutes gemüt und war freundlich mit menschen vieh sie hatte ihn auch gar lieb aber sie ließ es ihn nicht merken sie meisterte ihn jeden schritt und tritt und keiner war ihr recht den sie ihm nicht erlaubt und längst war er erwachsen und durfte nicht zur kameradschaft und dann keine kilbi ohne der mutter begleit als sie ihn endlich alt genug glaubte gab sie ihm ein weib aus ihrer verwandtschaft eins nach ihrem sinn jetzt hatte er zwei meister statt nur einen und beide waren gleich hoffertig und hochmütig und weil sie es waren so sollte auch christen es sein und wenn er freundlich war und demütig wie es ihm wohl anstund so erfuhr er wer er meister war schon lange war das alte haus ihnen ein dorn im auge und sie schämten sich seiner da die nachbarn neue häuser hatten und doch kaum so reich als sie waren die sage von der spinne und was die großmutter gesagt war damals noch in jedermanns gedächtnis sonst wäre das alte haus längst schon eingerissen worden aber alle wirrten es ihnen sie nahmen aber dieses wehren immer mehr für neid der ihnen kein neues haus gönne zudem ward es ihnen immer unheimlicher im alten hause wenn sie hier am tische saßen so war es ihnen entweder als schnurre hinter ihnen behaglich die katze oder als ginge leise das loch auf und die spinne ziele nach ihrem nacken ihnen fehlte der sinn der das loch vermachte darum fürchteten sie sich immer mehr das loch möchte sich öffnen darum fanden sie einen guten grund ein neues haus zu bauen in dem sie die spinne nicht zu fürchten hätten wie sie meinten das alte wollten sie dem gesinde überlassen daß ihre hoffart oft im wege war so wurden sie rät christen tat es sehr ungerne er wußte was die alte großmutter gesagt und glaubte daß der familiensegen an das familienhaus geknüpft sei und vor der spinne fürchtete er sich nicht und wenn er hier oben am tische saß so schien es ihm er könne am andächtigsten beten er sagte wie er es meinte aber seine weiber hießen ihn schweigen und weil er ihr knecht war so schwieg er auch weinte aber oft bitterlich wenn sie es nicht sahen dort oberhalb des baumes unter welchem wir gesessen sollte ein haus gebaut werden wie keiner eins hätte in der ganzen gegend in hoffärtiger ungeduld weil sie keinen verstand vom bauen hatten und nicht warten mochten bis sie mit dem neuen hause hochmütig tun konnten plagten sie beim bauen gesinde und viehübel schonten selbst die heiligen feiertage nicht und gönnten ihnen auch des nachts nicht ruhe und kein nachbar war der ihnen helfen konnte daß sie zufrieden waren dem sie nicht böses nachgewünscht wenn er nach unentgeltlicher hülfe wie man sie schon damals einander leistete wieder heimging um auch zu seiner sache zu sehen als man aufrichtete und den ersten zapfen in die schwelle schlug so rauchte es aus dem loche herauf wie nasses stroh wenn man es anbrennen will da schüttelten die werkleute bedenklich die köpfe und sagten es heimlich und laut daß der neue bau nicht alt werden werde aber die weiber lachten darüber und achteten des zeichens sich nicht als endlich das haus erbauet war zogen sie hinüber richteten sich ein mit unerhörter pracht und gaben als sogenannte haus reuki eine kilbi die drei tage dauerte und kind und kindeskinder noch davon erzählten im ganzen emmental aber während allen drei tagen soll man im ganzen hause ein seltsam surren gehört habe wie das einer katze welcher es behaglich wird weil man ihr den balg streicht doch die katze von welcher es kam konnte man trotz alles suchens nicht finden da ward manchem unheimlich und trotz aller herrlichkeit lief er mitten aus dem feste nur die weiber hörten nichts oder achteten sich dessen nicht mit dem neuen hause meinten sie alles gewonnen ja wer blind ist sieht auch die sonne nicht und wer taub ist hört auch den donner nicht darum freuten die weiber des neuen hauses sich wurden alle tage hoffärtiger dachten an die spinne nicht sondern führten im neuen hause ein üppiges arbeitsloses leben mit putzen und essen kein mensch konnte es ihnen treffen und an gott dachten sie nicht im alten hause blieb das gesinde alleine lebte wie es wollte und wenn christen dasselbe auch unter seiner aufsicht haben wollte so duldeten es die weiber nicht und schallten ihn die mutter aus hochmut hauptsächlich das weib aus eifersucht zumeist daher ward unten keine ordnung und bald auch keine gottesfurcht und wo kein meister ist geht es so durchweg wenn kein meister oben am tische sitzt kein meister im hause die ohren spitzt kein meister draußen und drinnen die zügel hält so meint sich bald der der größte welcher am wüstesten tut und der der beste welcher die ruchlosesten reden führt so ging es zu im hause drunten und das sämtliche gesinde glich bald einer rudel katzen wenn sie am wüstesten tun vom beten wußte man nichts mehr hatte darum weder vor gottes willen noch vor seinen gaben respekt wie die hoffart der meisterweiber keine grenzen mehr kannte so hatte der tierische übermut des gesindes keine schranken mehr man schändete ungescheut das brot trieb das habermus über den tischweg mit den löffeln sich an die köpfe ja verunreinigte viehisch die speise um botshaft den andern die lust am essen zu vertreiben sie neckten die nachbarn quälten das vieh höhnten jeden gottesdienst leugneten alle höhere gewalt und plagten auf alle weise den priester der strafend zu ihnen geredet hatte kurz sie hatten keine furcht mehr vor gott und menschen und taten alle tage wüster das wüsteste leben führten knechte und mägde und doch plagten sie einander wie nur möglich und als die knechte nicht mehr wußten wie sie auf neue art die mägde quälen konnten da fiel es ihnen ein mit der spinne im loch die mägde zu schrecken oder zahm zu machen er schmiß löffel voll habermus und milch an den zapfen und schrie die drinnen werde wohl hungrig sein weil sie soviel hundert jahre nichts gehabt da schrien die mägde kräßlich auf und versprachen alles was sie konnten und selbst den andern knechten graute es da das spiel sich ungestraft wiederholte so wirkte es nicht mehr die mägde schrie nicht mehr versprachen nichts mehr und die andern knechte begannen es auch zu treiben nun fing der an mit dem messer gegen das loch zu fahren mit den grässlichsten flüchen sich zu vermessen er mache den zapfen los und wolle sehen was drinnen sei und sie müssten einmal auch was neues sehen das weckte neues entsetzen und der bursche der das tat ward allen meister und konnte zwingen was er wollte besonders bei den mägden das soll aber auch ein seltsamer mensch gewesen sein man wusste nicht woher er kam er konnte sanft tun wie ein lamm und reißen wie ein wolf war er alleine bei einem weibsbild so war er ein sanftes lamm vor der gesellschaft aber war er wie ein reißender wolf und tat als ob er alle haßte als ob er über alles aus wolle mit wüsten taten und worten solche sollen den weibsbildern aber gerade die liebsten sein darum entsetzten sich die mägde öffentlich vor ihm sollen ihn aber doch wenn sie allein waren am liebsten von allen gehabt haben er hatte ungleiche augen aber man wußte nicht von welcher farbe und beide haßten einander sahen nie den gleichen weg aber unter langem augenhaar und demütigem niedersehen wußte er es zu verbergen sein haar war schön gelockt aber man wußte nicht war es rot oder falb im schatten war es das schönste flachshaar schien aber die sonne darauf so hatte kein eichhörnchen einen röteren pelz er quälte wie keiner das vieh dasselbe hasste ihn auch danach von den knechten meinte ein jeder er sei sein freund und gegen jeden wies er die andern auf den meisterweibern war er unter allen allein recht er allein war oft im oberen hause dann taten unten die mägde wüst sobald er es merkte steckte er sein messer an den zapfen und begann sein drohen bis die mägde zum kreuze krochen doch behielt dieses spiel auch nicht lange seine wirkung die mägde wurden dessen gewohnt und sagten endlich tu es doch wenn du darfst aber du darfst nicht es nahte weihnacht die heilige nacht an das was dieselbe uns weihet dachten sie nicht ein lustiges leben hatten sie abgeraten in derselben im schlosse drunten hauste ein alter ritter nur und der bekümmerte sich wenig mehr um das zeitliche ein schelmischer vogt verwaltete alles zu seinem vorteil um ein schelmenstück hatten sie diesem edlen ungeartenwein abgehandelt neben welchem lande die ritter in großem streite lagen des edlen weines kraft und feuer kannten sie nicht ein fürchterliches unwetter kam herauf mit blitz und sturm wie selten sonst um diese zeit keinen hund hätte man unter dem ofen hervorgejagt zur küche zu gehen hielt sie es nicht ab sie wären bei schönem wetter auch nicht gegangen hätten den meister allein gehen lassen aber es hielt andere ab sie zu besuchen sie blieben allein im alten hause beim edlen weine sie begannen den heiligen abend mit fluchen und tanzen mit wüstern und ärgern dingen dann setzten sie sich zum mahle wozu die mägde fleisch gekocht hatten weißen brei und was sie sonst gutes stehlen konnten da ward die roheit immer grässlicher sie schändeten alle speisen lästerten das heilige der genannte knecht spottete des priesters teilte brot aus und trank seinen wein als ob er die messe verwalte taufte den hund unterm ofen trieb es bis es angst und bange den andern wurde wie ruchlos sie auch sonst waren da stach er mit dem messer ins loch und fluchte er wolle ihnen noch ganz andere dinge zeigen als sie der hob nicht erschrecken wollten weil er das gleiche schon manchmal getrieben und mit dem messer gegen den zapfen kaum viel abzubringen war so griff er in halber raserei nach einem bohrer vermaß sich aufs schrecklichste sie sollten es erfahren was er könne büßen ihr lachen daß ihnen die haare zu berge ständen und drehte mit wildem stoße den bohrer in den zapfen hinein laut aufschreiend stürzten alle auf ihn zu aber ehe es jemand hindern konnte lachte er wie der teufel selbst tat einen kräftigen ruck am bohrer da bebte von ungeheurem donnerschlag das ganze haus der missetäter stürzte rücklings nieder ein roter glutstrom brach aus dem loch hervor und mittendrin saß groß und schwarz aufgeschwollen im gift von jahrhunderten die spinne und glotzte in giftiger lust über die frevler hin die versteinert in tödlicher angst kein glied bewegen konnten dem schrecklichen untiere zu entrinnen das langsam und schadenfroh ihnen über die gesichter kroch ihnen einimpfte den feurigen tod da erbebte das haus von schrecklichem wege heul wie hundertwölfe es nicht auszustoßen vermögen wenn der hunger sie peinigt und bald erscholl ein ähnliches wegeschrei aus dem neuen hause und christen der eben den berg aufkam von der heiligen messe meinte es sei ein räuber eingebrochen und seinem starken arme trauen stürzte er den seinen zu hülfe er fand keine räuber aber den tod mit diesem rangen weib und mutter und hatten schon keine stimme mehr in den hoch aufgelaufenen schwarzen gesichtern ruhig schlummerten seine kinder und gesund und rot waren ihre muntern gesichter es stieg in christen die schreckliche ahnung dessen auf was geschehen war er stürzte ins untere haus dort sah er die diensten alle verendet die stube zur totenkammer geworden geöffnet das schauerliche loch im bistal in des scheußlichen stellten knechtes hand den bohrer und auf des bohrers spitze den schrecklichen zapfen jetzt wußte er was da geschehen war schlug die hände über dem kopfe zusammen und wenn die erde ihn verschlungen hätte so wäre es ihm recht gewesen da kroch etwas hinterm ofen hervor schmiegte sich ihm an entsetzt fuhr er zusammen aber es war nicht die spinne es war ein armes bübchen das er um gottes willen ins haus genommen und unter dem ruchlosen gesinne gelassen hatte wie es ja auch jetzt viel geschieht daß man kinder um gottes willen nimmt und sie dem teufel in die hände spielt das hatte keinen teil genommen an den gräueln des gesindes war erschreckt hinter den ofen geflohen ihn allein hatte die spinne verschonet es konnte nun den hergang erzählen aber noch während das bübchen erzählte scholl durch wind und wetter angstgeschrei von andern häusern her wie in hundertjähriger aufgeschwellter lust flog die spinne durch die talschaft las zuerst die üppigsten häuser sich aus wo man am wenigsten an gott dachte aber am meisten an die welt der herr von dem tode am wenigsten wissen mochte noch war es nicht tag geworden so war die kunde in jeglichem hause die alte spinne sei losgebrochen gehe aufs neue tod bringend um in der gemeinde schon lägen viele tot und hinten im tale fahre schrei um schrei zum himmel auf von den gezeichneten die sterben müßten da kann man sich denken welch jammer im lande war welche angst in allen herzen was das für eine weihnacht war in summiswald an die freude die sie sonst bringt konnte keine seele denken und solcher jammer kam vom frevel der menschen der jammer aber ward alle tage größer denn schneller giftiger als das frühere mal war die spinne jetzt bald war sie zuvorderst bald zuhinterst in der gemeinde auf den bergen im tale erschien sie zu gleicher zeit wie sie früher meist hier einen dort einen gezeichnet hatte zum tod so verließ sie jetzt selten ein haus ehe sie alle vergiftet erst wenn alle im tode sich wandten setzte sie sich auf die schwelle und glotzte schadenfroh in die vergiftung als ob sie sagen wollte sie sei es und sie sei noch da wie lange man sie auch eingesperrt es schien als ob sie wüsste ihr sei wenig zeit vergonnt oder als ob sie sich viele mühe sparen wollte sie tat wo sie konnte fiel ihr auf einmal ab darum lauerte sie am liebsten auf die züge welche die toten zur kirche geleiten wollten bald hier bald dort am liebsten unten am kilchstalten tauchte sie mitten in den haufen auf oder glotzte plötzlich vom sarge herab auf die begleitenden da fuhr dann ein schreckliches wegeschrei aus dem begleitenden zuge zum himmel auf mann um mann fiel nieder bis der ganze zug der begleitenden am wege lag und rang mit dem tode bis kein leben mehr unter ihnen war und um den sargen lag ein haufen tote wie tapfere krieger um ihre fahne liegen von der übermacht erfasst da wurden keine toten mehr zur kirche gebracht niemand wollte sie tragen niemand geleiten wo der tod sich streckte da ließ man sie liegen verzweiflung lag überm ganzen tale wut kochte in allen herzen strömte in schrecklichen verwünschungen gegen den armen christen aus an allem sollte er jetzt schuld sein jetzt auf einmal wussten alle dass christen das alte haus nicht hätte verlassen das gesinde nicht sich selbst überlassen sollen auf einmal wussten alle dass der meister für sein gesinde mehr oder weniger verantwortlich sei dass er wachen solle über beten und essen wehren solle gottlosem leben gottlosen reden und gottlosem schänden der gaben gottes jetzt war allen auf einmal hoffart und hochmut vergangen sie taten diese laster in die unterste hölle hinunter und hätten es kaum gott geglaubt daß sie dieselbe noch vor wenig tagen so schmählich an sich getragen sie waren alle wieder fromm hatten die schlechtesten kleider an und die alten verachteten rosenkränze wieder in den händen und überredeten sich selbst sie seien immer gleich fromm gewesen und an ihnen fehlte es nicht daß sie gott nicht das gleiche überredeten christen allein unter ihnen allen sollte gottlos sein und flüche wie berge kamen von allen seiten auf ihn her und war er doch vielleicht unter allen der beste aber sein wille lag gebunden in seiner weiber willen und dieses gebundensein ist allerdings eine schwere schuld für jeden mann und schwerer verantwortung entrinnt er nicht weil er anders ist als gott ihn will das sah christen auch ein darum war er nicht trotzig pochte nicht gab sich schuldiger dar als er war aber damit versöhnte er die leute nicht erst jetzt schrien sie einander zu wie groß seine schuld sein müsse da er so viel auf sich nehme so weit sich unterziehe es ja selbst bekenne er sei nichts wert er aber betete tag und nacht zu gott daß er das übel wende aber es ward schrecklicher von tag zu tag er ward es inne daß er gut machen müsse was er gefehlt daß er sich selbst zum opfer geben müsse daß an ihm liege die tat die seine anfrau getan er betete zu gott bis ihm so recht feurig im herzen der entschluß emporwuchs die talschaft zu retten das übel zu sühnen und zum entschluß kam der standhafte mut der nicht wankt immer bereit ist zur gleichen tat am morgen wie am abend da zog er mit seinen kindern herab aus dem neuen haus ins alte haus schnitt zum loch einen neuen zapfen ließ ihn weihen mit heiligem wasser und heiligen sprüchen legte zum zapfen den hammer setzte zu den betten der kinder sich und harrte der spinne da saß er betete und wachte und rang mit dem schweren schlaffesten mutes und wankte nicht aber die spinne kam nicht ob sie sonst allenthalben war denn immer größer ward ersterbet immer wilder die wut der überlebenden mitten in diesen schrecken sollte ein wildes weib ein kind gebären da kam den leuten die alte angst ungetauft möchte die spinne das kindlein holen das pfand ihrer alten pacht das weib gewerdete sich wie unsinnig hatte kein gottvertrauen desto mehr haß und rache im herzen man wußte wie die alten gegen den grünen sich geschützt vor zeiten wenn ein kind geboren werden sollte wie der priester der schild war den sie zwischen sich und den ewigen feind gestellt man wollte auch nach dem priester senden aber wer sollte der boote sein die unbegrabenen toten welche die spinne bei den leichenzügen erfasst sperrten die wege und würde wohl ein boote über die wilden höhen der spinne die alles zu wissen schien entgehen können wenn er den priester holen wollte es sagten alle da dachte endlich der mann des weibes wenn die spinne ihn haben wolle so könne sie ihn daheim fassen wie auf dem wege wenn ihm der tod bestimmt sei so entrinnere ihm hier nicht und dort nicht er machte sich auf den weg aber stunde um stunde rann vorüber kein bote kam wieder wut und jammer wurden immer entsetzlicher die geburt rückte immer näher da riß das weib in der wut der verzweiflung vom lager sich auf stürzte hin nach christens haus dem tausendfach verwünschten der betend bei seinen kindern saß des kampfes mit der spinne gewärtig weither schon tönte ihr geschrei ihre verwünschungen donnerten an christens türe lange ehe sie dieselben aufriß und den donner in die stube ihm brachte als sie hereinstürzte so schrecklichen angesichtes da fuhr er auf er wußte erst nicht war es christine in ihrer ursprünglichen gestalt aber unter der türe hemmte der schmerz ihren lauf an den türpfosten wandte sich die flut ihrer verwünschungen ausgießend über den armen christen er sollte der bote sein wenn er nicht verflucht sein wolle mit kind und kindeskindern in zeit und ewigkeit da überwallete der schmerz ihr fluchen und ein söhnlein war geboren vom wilden weibe auf christens schwelle und alle die ihr gefolgt waren stoben ins weite des schrecklichsten gewärtig das unschuldige kindlein hielt christen in den armen stechend und wild giftig starrten aus des weibes verzerrten zügen dessen augen ihn an und es ward ihm immer mehr als drehte die spinne aus ihnen heraus als sei sie es selbst da kam eine kraft gottes in ihn und ein übermenschlicher wille ward in ihm mächtig einen innigen blick warf er auf seine kinder hüllte das neugeborene kind in ein warm gewand sprang über das glotzende weib den berg hinunter entlang sumiswald zu zur heiligen weihe wollte er das kindlein selbst tragen zur sühne der schuld die auf ihm lag dem haupte seines hauses das übrige überließ er gott tote hemmten seinen lauf vorsichtig mußte er seine tritte setzen da ereilte ihn ein leichter fuß es war das arme bübchen dem es graute bei dem wilden weibe das ein kindlicher trieb dem meister nachgetrieben wie stacheln fuhr es durch christens herz daß seine kinder allein bei dem wütenden weibe seien aber sein fuß stund nicht stille strebte dem heiligen ziele zu schon war er unten am kilchstalden hatte die kapelle im auge da glühte es plötzlich vor ihm mitten im wege es regte sich im busche im wege saß die spinne im busche wankte rot ein federbusch und hoch hob sich die spinne als wie zum sprunge da rief christen mit lauter stimme zum dreieinigen gott und aus dem busche tönte ein wilder schrei es schwand die rote feder in des bübchens arme legte er das kind und griff dem herrn seinen geist empfehlend mit starker hand die spinne die wie gebannt durch die heiligen worte am gleichen flecke sitzen blieb blut strömte durch sein gebein aber er hielt fest der weg war frei und das bübchen verständigen sinnes eilte dem priester zu mit dem kinde christen aber feuer in der starken hand eilte geflüge den laufes seinem hause zu schrecklich war der brand in seiner hand der spinne gift drang durch alle glieder zu glut ward sein blut die kraft wollte er starren der atem stocken aber er betete fort und fort hielt gott fest vor augen hielt aus in der hölle glut schon sah er sein haus mit dem schmerz wuchs ein hoffen unter der tür war das weib als dasselbe ihn kommen sah ohne kinn stürzte sich ihm entgegen einer tigerin gleich der man die jungen geraubt es glaubte an den schändlichsten verrat es achtete sich seines winkens nicht hörte nicht die worte aus seiner keuchenden brust stürzte in seine vorgestreckten hände klammerte an sie sich an in todesangst mußte er die wütende schleppen zum hause rein mußte frei die arme kämpfen eh es ihm gelingt ins alte loch die spinne zu drängen mit sterbenden händen den sapfen vorzuschlagen er vermag's mit gottes hülfe den sterbenden blick wirft er auf die kinder hold lächeln sie im schlafe da wird es ihm leicht eine höhere hand scheint seine glut zu löschen und laut beten schließt er zum tode seine augen und frieden und freude fanden die auf seinem gesichte die vorsichtig und angstvoll kamen zu schauen wo das weib geblieben erstaunt sahen sie das loch verschlagen aber das weib fanden sie versenkt und verzerrt im tode liegen an christens hand hatte sie den feurigen tod geholt noch standen sie und wußten nicht was geschehen war als mit dem kinde das bübchen wiederkehrte vom priester begleitet der das kind schnell getauft nach damaliger sitte und wohlgerüstet und mutvoll dem gleichen kampfe entgegen wollte in dem sein vorgänger siegreich das leben gelassen aber ein solch opfer forderte gott nicht von ihm den kampf hatte schon ein anderer bestanden lange faßten die leute nicht welch große tat christen vollbracht als ihnen endlich glaube und erkenntnis kam da beteten sie freudig mit dem priester dankten gott für das neugeschenkte leben und für die kraft der christen gegeben diesem aber baten sie im tode noch ihr unrecht ab und beschlossen mit hohen ehren ihn zu begraben und sein andenken stellte sich glorreich wie das eines heiligen in aller seelen sie wußten nicht wie ihnen war als der so schreckliche schreck der fort und fort durch ihre glieder zitterte auf einmal geschwunden war und sie mit freuden wieder in den blauen himmel hinaufsehen konnten ohne angst die spinne kriech unterdessen auf ihre füße sie beschlossen viele messen und einen allgemeinen kirchgang vor allem wollten sie die beiden leichen bestatten christen und seine drängerin dann sollten auch die andern eine stätte finden so weit es möglich war es war ein feierlicher tag als das ganze tal zur kirche wanderte und auch in manchem herzen war es feierlich manche sünde ward erkannt manche glübde ward getan und von dem tag an wurde viel übertriebenes wesen auf den gesichtern und in den kleidern nicht mehr gesehen als in der kirche und auf dem kirchhofe viele tränen geflossen viele gebete geschehen waren gingen alle aus der ganzen talschaft welche zur begräbnis gekommen war und gekommen waren alle die ihrer glieder mächtig waren zum üblichen imbiss ins wirtshaus da geschah es nun daß wie üblich weiber und kinder an einem eigenen tische saßen die sämtliche erwachsene mannschaft aber platz hatte an dem berühmten scheibentische der jetzt noch im bären zu summiswald zu sehen ist er ward aufbewahre zum andenken dass einst nur noch zwei dutzend männer waren wo jetzt an zweitausende wohnen zum andenken daß auch das leben der zweitausende in der hand dessen stehe der die zwei dutzend gerettet damals säumte man sich nicht lange an der gräbt es waren die herzen zu voll als daß viel speise und trank platz gehabt hätte als sie aus dem dorfe hervor auf die freie höhe kamen sahen sie eine röte am himmel und als sie heim kamen fanden sie das neue haus niedergebrannt bis auf den boden wie es zugegangen erfuhr man nie aber was christen an ihnen getan vergaßen die leute nicht an seinen kindern vergalten sie es fromm und wacker erzogen sie dieselben in den frömmsten häusern an ihrem gute vergriff sich keine hand obgleich keine rechnung zu sehen war es wurde gemehret und wohlbesorgt und als die kinder auf erwachsen waren so waren sie nicht nur nicht um ihr gut betrogen sondern noch viel weniger um ihre seelen es wurden rechtschaffene gottesfürchtige menschen die gnade bei gott hatten und wohlgefallen bei den menschen die segen im leben fanden und im himmel noch mehr und so blieb es in der familie und man fürchtete die spinne nicht denn man fürchtete gott und wie es gewesen war so soll es so gott will auch bleiben solange hier ein haus steht solange kinder den eltern folgen in wegen und gedanken hier schwieg der großvater und lange schwiegen alle und die einen sangen dem gehörten nach und die andern meinten erschöpfe atem und fahre dann weiters fort endlich sagte der ältere götti an dem scheibentisch bin ich manchmal gesessen und habe von dem sterben gehört und daß nach demselben sämtliche mannschaft in der gemeinde daran platz gehabt aber wie punktum alles zugegangen das konnte mir niemand sagen die einen stürmten dies und andere anders aber sage mir wo hast du denn das alles vernommen sagte der großvater das erbte sich bei uns vom vater auf den sohn und als das andenken davon bei den andern leute im tale sich verlor hielt man es in der familie sehr heimlich und scheuete sich etwas davon unter die menschen zu lassen nur in der familie redete man davon damit kein glied derselben vergesse was ein haus bauet und ein haus zerstört was segen bringt und segen vertreibt du hörst es meiner alten wohl noch an wie ungern sie es hat wenn man so öffentlich davon redet aber mich dünkt es täte je länger je nöter davon zu reden wie weit man es mit hochmut und hoffat bringen kann darum tue ich auch nicht mehr so geheim mit der sache und es ist nicht das erste mal dass sich unter guten freunden sie erzählet ich denke immer was unsere familie so viele jahre im glücke erhalten das werde andern auch nicht schaden und recht sei es nicht ein geheimnis mit dem zu machen was glück und gottes segen bringt du hast recht vettermann antwortete der götti aber fragen muss ich dich doch noch war denn das haus welches du vor sieben jahren einriss ist das uralte ich kann es fast nicht glauben nein sagte der großvater das uralte haus war gar baufällig geworden schon vor fast dreihundert jahren und der segen gottes in feldern und matten hatte schon lange nicht mehr platz darin doch wollte es die familie nicht verlassen und ein neues bauen durfte sie nicht sie hatte nicht vergessen wie es im früheren ergangen so kam sie in große verlegenheit und fragte endlich einen weisen mann der zu haslebach gewohnt haben soll um rat der soll geantwortet haben ein neues haus könnten sie wohl bauen an die stelle des alten und nicht anderswo aber zwei dinge müssten sie wohl bewahren das holz worin die spinne sei den alten sinn der ins alte holz die spinne geschlossen dann werde der alte segen auch im neuen hause sein sie bauten das neue haus und fügten ihm ein mit gebet und sorgfalt das alte holz und die spinne rührte sich nicht sinn und segen änderten sich nicht aber auch das neue haus ward wiederum alt und klein wurmstichig und faul sein holz nur der pfosten hier blieb fest und eisenhart mein vater hätte schon bauen sollen er konnte es erwehren es kam an mich nach langem zögern wagte ich es ich tat wie die frühern fügte das alte holz dem neuen hause bei und die spinne regte sich nicht aber gestehen will ich es mein lebtag betete ich nie so inbrünstig wie damals als ich das verhängnisvolle holz in händen hatte die hand der ganze leib brannte mich unwillkürlich mußte ich sehen ob mir nicht schwarze flecken wüchsen an hand und leib und ein berg fiel mir von der seele als endlich alles an seinem orte stund da ward meine überzeugung noch fester daß weder ich noch meine kinder und kindeskinder etwas von der spinne zu fürchten hätten solange wir uns fürchten vor gott da schwieg der großvater und noch war der schauer nicht verflogen der ihnen den rücken heraufgekrochen als sie hörten der großvater hätte das holz in händen gehabt und sie dachten wie es ihnen wäre wenn sie es auch darein nehmen müßten endlich sagte der vetter es ist nur schade daß man nicht weiß was an solchen dingen wahr ist alles kann man kaum glauben und etwas muß doch an der sache sein sonst wäre das alte holz nicht da sei jetzt daran wahr was da wolle so könne man viel daraus lernen sagte der jüngere götti dazu hätten sie noch kurze zeit gehabt es dünke ihn er sei erst aus der kirche gekommen sie sollten nicht zuviel sagen sagte die großmutter sonst fange ihr alter ihnen eine neue geschichte an sie sollten jetzt auch einmal essen und trinken es sei eine schande wie niemand esse und trinke es solle doch nicht alles schlecht sein sie hätten angewendet so gut sie es verstünden nun ward viel gegessen viel getrunken und zwischendurch gewechselt manche verständige rede bis groß und golden am himmel der mond stand die sterne aus ihren kammern traten zu mahnen die menschen daß es zeit sei schlafen zu gehen in ihre kämmerlein die menschen sahen die geheimnisvollen mahner wohl aber sie saßen da so heimelig und jedem klopfte es unheimlich unterm brusttuch wenn er ans heimgehen dachte und wenn es schon keiner sagte so wollte doch keiner der erste sein endlich stand die gotte auf und schickte mit zitternden herzen zum weggehen sich an doch es fehlte ihren sicheren begleiter nicht und miteinander verließ die ganze gesellschaft das gastliche haus mit vielem dank und guten wünschen allen bitten an einzelne an die gesamtheit doch noch länger zu bleiben es werde ja nicht finster zum trotz bald war es still ums haus bald auch in demselben friedlich lag es da rein und schön glänzte es in des mondes schein das tal entlang sorglich und freundlich barg es brave leute in süßem schlummer wie die schlummern welche gottesfurcht und gute gewissen im busen tragen welche nie die schwarze spinne sondern nur die freundliche sonne aus dem schlummer wecken wird denn wo solcher sinn wohnet darf sich die spinne nicht regen weder bei tag noch bei nacht was ihr aber für eine macht wird wenn der sinn ändert das weiß der der alles weiß und jedem seine kräfte zuteilt den spinnen wie den menschen ende der erzählung den spinnen wie die schlummern